Vier Flaschen, der Wein-Podcast der Funke Mediengruppe. Der Podcast Vier Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Vier Flaschen. Du musst so lachen, Axel, weil du ja gesagt hast, du wirst es nie wieder sagen. Du hast dir was, die ich sage? Herzlich willkommen zu uns. Das kann man ja auch mit uns verstehen. Ist ja egal. Ich mach weiter. Ich mach weiter. Okay. Wenn unser heutiger Gast ein Butterkeks wäre, dann hätte er 52 Zähne, denn er ist ein echtes Original. Er ist der bekannteste oder zumindest einer der bekanntesten Köche Deutschlands und einer der besten. Und das nicht erst seit gestern, sondern seit Jahrzehnten. 1980 wurde er zum Patissier, dem besten Patissier Deutschlands, gekürt. 1983 erkochte er sich seinen ersten Michelin-Stern. 1987 folgte der Zweite und ab 1994 dann das eigene Sternerestaurant, die Stromburg am Rhein. Und wer jetzt noch nicht weiß, um wen es geht, dem helfen vielleicht einige Titel von Koch-TV-Sendungen. Darunter die Koch-Arena, die Küchenschlacht und Lafer-Lichter-Lecker. Wir sind sehr stolz und froh, dass wir heute hier sind. Wir sind sehr stolz und froh, dass wir heute hier sind. Herzlich willkommen, Johann Lafer. Hallo. Ich freue mich, auch hier sein zu dir. Und ich freue mich. Darf ich das sagen, Johann? Ich bin ein fanatischer Fan von dir. Ein Fanboy. Ihr nehmt euch ja sehr oft John Bon Jovi. Für mich ist das mein John Bon Jovi. Darf ich das sagen? Und das auch deshalb... Das ist so viel diskutiert. Weil ich kenne so viele Leute, die dich kennen. Und normalerweise muss man das, darf man das sagen? Normalerweise haben ja Köche oft den Ruf, Psychopathen zu sein. Psychopathen? Ja, Psychopathen. Ja, gut, aber du darfst nicht immer von Michi irgendwie alles ableiten. Ja, in Hamburg. Und jeder, den ich gesprochen habe, der dich gesagt hat, das ist so ein Sympathischer, so ein Netter, so ein Lieber Mensch. Auch in der Küche bist du immer so, auch zu deinen Leuten bist du einfach... Weil ich habe nichts, also wenn man über andere Köchen spricht. Wir haben auch an, aber es ist wie ein Teppich, wie ein roter Teppich, der sympathisch steht. Ich würde noch pressen, der sympathischste Koch. Der sympathischste Koch, das müssen wir jetzt erst noch rausfinden, aber das macht schon mal guten Eindruck. Es ist auf jeden Fall so, dass ich weiß, was es bedeutet, wenn man zu der vielen Arbeit auch noch psychischen Druck bekommt. Das ist nämlich so, ich habe viele Jahre in solchen Betrieben gearbeitet, wo natürlich der Leistungsdruck und der psychische Druck zusammenkamen. Und dann habe ich mir immer vorgenommen, wenn ich das mal selber in der Verantwortung habe, dann möchte ich dafür sorgen, dass eine gewisse Atmosphäre herrscht, unter der man sich auf das Wesentliche konzentrieren kann. Nämlich auf das Ergebnis der Arbeit. Und seitdem bin ich so und versuche so zu sein, also dass ich mal richtig ausraste. Da muss schon vieles passieren. Das passiert eigentlich meistens mit mir selber, weil ich dann mit dem, was ich zu verantworten habe, nicht zufrieden bin. Siehst du? Sie haben ja... Das ist ja irgendwie der erste Tag hier noch im Urlaub und so. Ich bin noch in Marokko so ein bisschen. Aber ich habe bei der Vorbereitung gelernt, dass du ja auch eine Station geteilt hast mit dem Michi. Ihr wart beide im Le Canard. Aber wir waren nicht zugleich. Nicht zugleich, nicht zur gleichen Zeit. Aber unter dem gleichen Chef. In Elbsenhausen? Vierhausen. Ich war in der Madinistraße. Und du? Ja, ich war schon an der Elb-Chosee dann. Elb-Chosee. Genau. Ich bin ja auch gelernter Koch, aber ich habe dann im Service gearbeitet. Und ich habe tatsächlich auch in meiner Laufbahn, aber das ist jetzt ein schlechter Zeitpunkt, wenn ich es jetzt sage. Weil es ist in meiner Zeit schon auch gegangen so, dass ich, also in Sterne-Ressorts schon ein wahnsinnig großer Druck ist. Es ist wirklich Hochleistungssport. Und ich bin manchmal auch wirklich vor den Gästen ziemlich zusammengefalten. Ganz viele haben zu mir gesagt, und wenn ich dann einmal in der Position bin, dann bin ich genauso. Und das ist, glaube ich, ein Problem auch, wo unsere Branche heute darunter leidet. Dass eben sehr viele über Jahrzehnte ausgebeutet wurden, wahnsinnig viel gearbeitet wurde, dafür wenig bezahlt wurde. Einiges Fehler. Genau, ja. Und wenn es einem gelingt, und bei mir ist es genauso, dass ich immer gehört habe, Jochen Laffer, also der ist wirklich so sympathisch und sehr, keine Star-Allüren und wirklich sehr, dass das mittlerweile aber schon mehr und mehr auch wird, weil du sonst eben überhaupt keine Leute kriegst. Weil die können sich das aussuchen, die guten Mitarbeiter, und wenn du sie nur, also, aber wenn du natürlich auf höchstem Niveau arbeiten willst, dann muss jeder immer konzentriert sein und fokussiert. Und das ist eben bei jungen Menschen oft ein Problem. Also die können sich nicht einmal für zwei Stunden konzentrieren. Das ist meine Erfahrung. Aber ist das denn eigentlich so, dass, also jetzt hört man ja immer wieder, also Restaurants machen nicht auf, so weil Personal fehlt. Ist das in der Sterne-Gastronomie eigentlich auch so, dass da so ein Mangel herrscht? Also ich glaube, da ist kein Mensch davon verschont, der in der Spitzen-Gastronomie, der normalen Gastronomie tätig ist, weil es einfach insgesamt zu wenige Menschen gibt auf dem Markt. Und das beginnt bei der Ausbildung. Ich glaube, die Ausbildungszahlen sind so rückläufig. Ich weiß es von Baden-Württemberg zum Beispiel, dass dort, ja, ein, ich habe da mal gelesen, dass da, wo normalerweise 90 Schüler in der Berufsschule sind, sind jetzt noch, glaube ich, 18. Also das ist ja eine Kettenreaktion in jeglicher Hinsicht, auch im Bundesland hier oder wo auch immer. Wenn zu wenig Nachwuchs nachkommt, ja, wo sollen dann die Leute herkommen? Beziehungsweise es gibt ja auch das Thema natürlich, dass sehr viele Leute nicht dann arbeiten wollen, wenn die anderen frei haben. Nämlich am Wochenende oder abends, wenn die Gastronomie ja die Hochkonjunktur hat. Und das führt dazu natürlich, dass heute Gastronomiebetriebe wahnsinnige Schwierigkeiten haben und nicht mehr in der Lage sind, a, die Öffnungszeiten zu gewährleisten, was ich ja schade finde. Und b, natürlich muss man auch sagen, die Qualität zu gewährleisten. Denn Dienstleistung, Gastronomie hat was mit Menschen zu tun. Das hat nichts, obwohl es schon Roboter gibt, die dir das Bier vielleicht bringen. Aber das ist nicht das, was ich unter Dienstleistung verstehe. Ich möchte jemanden mir gegenüber haben, der möglicherweise auch noch ein Wort sagt. Und der möglicherweise auch noch sagt, Herzlich Willkommen, schön, dass Sie da sind. Sie dürfen jetzt auch bezahlen für das, was Sie bekommen haben. Aber das tue ich erst dann, wenn ich vorher was bekommen habe. Und das ist eben das große Problem. Und Corona hat aus meiner Sicht dazu beigetragen, dass eben sich viele Leute zwangsläufig etwas suchen mussten. Und gerade im Servicebereich, die haben ja sehr viel Trinkgeld bekommen. Das war für die ja mit, auch für den Lebensunterhalt entscheidend. Jetzt sind die halt alle irgendwo bei irgendwelchen Supermärkten, an der Weintecke oder an der Frischeteke oder wo auch immer. Oder sie sind Fahrer bei Amazon, was ich oft gehört habe, verdienen da 18 Euro nette die Stunde. Oder 18 Euro die Stunde und machen dann irgendwie eine Arbeit und sagen, ich habe gar nicht gewusst, dass es einen Samstag gibt, dass es einen Sonntag gibt. Dass ich abends frei habe, dass ich vor dem Fernseher sitzen kann und mir auch mal was anschauen. Oder ich gucke jetzt mal den deutschen DFB-Pokal, weil ja auch, das kommt ja auch ab 20 Uhr. Das war ja für die meisten Leute in der Gastronomie ein fast Ausschlusskriterium. Und das haben die dann damals festgestellt. Und das ist für mich auch einer der Gründe, aber auch das, Michi, was du gesagt hast, das ist hundertprozentig so, dass 30 Jahre in der Gastronomie hemmungslos, auch zum Teil, muss man sagen, ja, aufgrund dessen, dass man Angst hatte, die richtigen Preise zu verlangen, Mitarbeiter hinhalten mussten für alles, was da geboten wurde. Das Ergebnis sieht man heute, dass einfach die Leute nicht mehr da sind. Und jetzt richtige Preise, wir hatten noch ein Thomas Imbusch hier, 100, 200. Stimmt, das hat jetzt richtig gelesen? Naja, 35 Euro, Eintrittsgeld, ich habe es gelesen, jetzt sogar in einer großen deutschen Tageszeitung. Also Bratsch, du kriegst dann Brot und Olivenöl? Nein, Brot, Butter, glaube ich, Olivenöl und Wasser, 35 Euro pro Person. Jetzt gibt es ja auch, ich lebe ja viel in Hamburg, ich habe jetzt auch natürlich andere Beispiele, auch, ich meine, nicht unweit von hier, da zahlst du auch, wenn du Brot und Butter bestellst, acht Euro für, ich glaube, vier Scheiben Brot und ein bisschen Butter oder für eine Consommee, also Rinder-Consommee 24 Euro. Ich muss ehrlich sagen, da bin ich jetzt wirklich auch ein bisschen gehässig über den Kollegen, alles ist gut, wirklich, es muss auch alles sein und es muss auch alles stimmen. Aber 35 Euro Eintrittsgeld zu bezahlen, damit ich heute in einen Restaurant zum Essen gehe, das halte ich für äußerst kritisch, das muss ich wirklich sagen. Das ist, man kann sich auch, glaube ich, mit so einer Werbung auch selbst den Laden irgendwie, ich sage mal, unattraktiv machen. Aber das muss man verantworten, wenn es möglich ist. Kann ich nur sagen, man muss auch positiv sagen, Essen war in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten leider Gottes so günstig. Wir haben immer gesagt, geh da in Frankreich gucken oder geh da hingucken, was die verlangen. Wir haben immer gelacht darüber, wenn der Datenhauptgang so viel gekostet hat. Aber heute sind wir in einer Situation, wo wir genauso denken müssen, weil, ich meine, die Personalkosten, die Warenkosten sind enorm angestiegen, kann man, also muss man so sagen. Und natürlich zu guter Letzt ist auch das ganze Sozialverhalten, heute auch eine ordentliche Arbeitszeit, mehr Köche, mehr Mitarbeiter, mehr Freizeit. Das kostet Geld und das muss man übertragen auf das Gebot. Das heißt, so ein Hauptgang, was ist so ein Hauptgang mit realistischer Preis? Na gut, heute würde ich mal sagen, also, ich nehme mal ein Beispiel, klassisch Wiener Schnitzel. Also jeder Gastronom, der heute von der Kalbsoberschale ein perfektes Wiener Schnitzel macht und das verkauft unter 30 Euro, der kann nicht überleben. Weil nämlich das Kalbfleisch in Verbindung mit der Portion Butterschmalz und alles, was man braucht mit schönen Beilagen, einfach, das ist so aufwendig und geldintensiv und arbeitsintensiv, das muss der Gastronom verlangen. Die Mehrwertscheu ist ja auch noch beinhaltet. Und wenn jetzt auch die 90 Prozent kommen, was ja offensichtlich der Fall ist, dann ist das ja natürlich nochmal. Ist das für euch tatsächlich ein richtiger Schlag? Weil die Leute sich natürlich jetzt an diese Preise gewöhnt haben und plötzlich machst du dann zwölf Prozent obendrauf. Ihr seid sieben, ne? Sieben Momente, ne? Aktuell, ja. Für Getränke wurde es ja nie verändert. Es geht ja nur um die Speisen. Und zwar die Speisen, wenn du sitzt. Das ist der Unterschied. Also wenn du in irgendeinem Fastfoodladen, fang dich ja zu mir erst noch zum Mitnehmen, weil es unterschiedliche Speisen hat. Und die zwölf Prozent ist ja sehr viel Geld. Und also für uns, also ich persönlich mache mir nicht so viel Sorgen bei uns, weil das meiste doch geschäftlich genutzt wird. Und da geht es ja immer um den Nettobetrag. Und der Nettobetrag ändert sich ja dann entsprechend ja nicht. Aber das ist halt, generell werden wir mindestens diese zwölf Prozent erhöhen müssen, ja logischerweise, weil sonst ist es ja komplett unglaubwürdig. Was haben wir denn sonst jetzt gemacht? Und ich kann auch sagen von den Zahlen, dass wir jetzt nicht überproportional verdient haben durch diese Mehrwertsteuersenkung, sondern dass die uns eben geholfen hat, überhaupt wirtschaftlich zu arbeiten in den letzten zwei Jahren. Weil, das kommt noch dazu für mich, Johan, du bist jetzt nicht mehr wirklich jeden Tag im Restaurant, oder? Nein, ich habe seit 2019 keinen Gastronomiebetrieb mehr. Ich bin ja, 2019 habe ich ja das ganze Unternehmen verkauft. Das waren ja weit über 100 Mitarbeiter, das ist die Burg in Stromburg oder in Stromberg. Und habe natürlich seitdem ganz andere Tätigkeiten, die haben nichts mit Personal oder mit Restaurant zu tun. Aber nichtsdestotrotz, ich bin diesem Thema sehr eng verbunden, habe ganz viele Freunde, verfolge das, habe auch eine Kochschule oder mache Amazon mal Private Dinings irgendwo für irgendjemand oder eine Veranstaltung. Und ich weiß natürlich schon, was das zu bedeuten hat, diese zwölf Prozent. Aber was ich sagen wollte, ist, dass es sich eben mit Covid, auch dass die Menschen viel mehr krank geworden sind. Also, diese psychischen Erkrankungen, auch bei unseren Mitarbeitern, also, es ist, du musst eigentlich immer damit rechnen, dass du immer mehr Leute brauchst, weil immer irgendwer mindestens nicht da ist. Mindestens eine bis zwei Personen bei uns, wir haben 35 Mitarbeiter. Das heißt, das gab es vorher nicht. Und ganz viele mit psychischen Problemen, mit Burnout, mit Belastungsstörungen, mit Posttraumatik und so weiter. Auch junge Menschen. Das haben wir gerade vorhin mit verschiedenen Unternehmern besprochen, die sagten, dass sich Mitarbeiter immer wieder beschweren, dass die Arbeit anstrengend ist, wo du denkst, ja. Also, ich meine, das ist ja, auch was du gemacht hast, also, was wir alle machen, Arbeit an sich ist ja anstrengend. Aber entschuldige bitte, das ist das ökonomische Prinzip der Gesellschaft. Also, jetzt müssen wir mal ganz ehrlich bleiben und auch mal die Füße stillhalten. Ich meine, ich kenne keine Wunder, also, noch nicht persönlich erlebt, jemand von nichts kommt nichts. Also, wir müssen uns schon mal bewusst sein, dass man ja einen gewissen Aufwand betreiben muss, um auch etwas zu erziehen. Ich meine, das ökonomische Prinzip ist, glaube ich, ja hinlängig bekannt. Deswegen finde ich immer, machst du nichts oder kannst du nichts, bist du nichts, hast du nichts. Ja, verstehst du, du musst irgendwie gucken, dass es auch im Einklang steht. Und die Leute haben heute auch, und das muss man fairerweise sagen, offensichtlich zu viele Dinge, die ersatzweise manchmal denen offeriert werden, damit die Motivation auch wirklich für sich selbst zu sorgen und zu schaffen, in den Hintergrund gerät. Und da muss man ja heute, und die Diskussion führen wir jetzt ja hinlängig, eine Lösung finden, weil ich meine, viele Leute sagen in der Tat, ich gehe jeden Tag arbeiten, ich habe so viel damit zu tun, auch persönlich zu organisieren, das ganze Umfeld. Und andere haben eben diese Aufgabe nicht und kommen trotzdem irgendwie durchs Leben. Jetzt ist die Frage, wie man durchs Leben kommt. Aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit. Und deswegen finde ich immer, dieses Leistungsprinzip muss neu definiert werden. Nämlich, wenn du Gas gibst, da musst du auch was haben. Genauso wie im Steuerbereich. Also jetzt ob 12% mehr oder weniger, ist zunächst mal jetzt nicht kriegsentscheidend. Aber Arbeit muss sich lohnen. Und wenn sich Arbeit nicht mehr lohnt, dann ist automatisch die Motivation irgendwo, wo es nicht hingehört. Verstehst du? Ich wollte das Wort jetzt nicht sagen. Aber es ist doch schon. Das hat neu ein Justizbeamter gesagt, er verdient 3.600 Euro brutto. Oder netto muss es ja sein. Kann das sein, netto, egal. Er sagt, wenn ich nicht arbeiten würde, hätte ich 600 Euro weniger. 600 Euro weniger, also 3.000 Euro. Und das passiert nicht. Du hast gerade vorhin gesagt, du bist viel in Hamburg. Ja, ganz viel. Ich bin jetzt aktuell hier, weil ich jetzt am Wochenende die Aufgabe habe, das Jahresfinale der Küchenschlacht zu moderieren. Das ist ja, sagen wir mal, der Höhepunkt des Jahres, wo die sechs Besten im Finale sind. Dies Jahr ganz interessant, das darf ich schon mal sagen. Drei Österreicher gegen drei Deutsche. Das finde ich wahnsinnig spannend. Also die Sendung ist ja so populär mittlerweile. Die hat ja eine Beliebtheitsskala und auch eine super Einschlagquote. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt eben für das Jahresfinale zuständig bin. Und auch darüber hinaus, ich lebe hier, mein Management sitzt hier, ich habe ganz viel hier. Guck mal, du lebst in Hamburg. Nein, ich lebe nicht hier, aber ich bin ganz viel hier. Weil ich habe ein Magazin, das wird hier beim Verlag gemacht. Ich mache viele Sendungen. Also Hamburg im Jahr, würde ich mal sagen, zweieinhalb Monate ungefähr. Und wenn das, was jetzt geplant ist, nächstes Jahr kommen sollte, dann werde ich noch länger hier in Hamburg sein. Aber hier Hitzin, ist das eine Perspektive? Nein, das ist jetzt nicht unbedingt, aber ich muss sagen, ich fühle mich sehr, sehr wohl. Ich war hier 1978. Da erinnere ich mich noch sehr gerne an das Hamburger Abendblatt. Das habe ich noch zu Hause gerahmt. Da war die Überschrift mit der Ende zu den Sternen. Da war auf dem Titelbild der Herr Viehhauser, der Hubert Wunder, mein Kollege und ich, mit einer Ende in der Hand. Und also diese Zeitschrift ist für mich in einer, ich glaube, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich in der Öffentlichkeit war. Kann man sagen, du bist durchs Hamburger Abendblatt eigentlich berühmt geworden? So kann man das sagen, mit einer Ende zusammen, genau. Wollen wir auch Wein-Podcast? Ja, tatsächlich, ist einfach ein Wein-Podcast. So. Leider, leider. Das ist ja schon irgendwie, was man schon alles erfahren hat. Total, wahnsinnig, ja. Also was hast du heute, ein Graubowunder? Ja, genau, zur Feier des Tages. Hast du ja richtig, eigentlich auch so gesagt. Ja, ihr müsst dranbleiben, es ist richtig spannend. Ist heute der Podcast mit Opus One? Ne. Nein. Nein, 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 nein. Wann kommt die? Ja, genau. Aber es wird noch, ihr könnt euch richtig anschauen. Dann kann ich ja zu was sagen. Ja, zu Opus One. Weil ich war ja, ich habe die damals alle gesammelt. Ich hatte alle Jahrgänge. 86 war der erste Jahrgang, richtig? War es? Ich habe alle gesammelt, also alle Jahrgänge. Ich glaube Ende der 70er schon. Oder Ende der 70er gehen. Ich habe es jetzt aber auch noch verkauft, oder? Ich habe es verkauft, ich habe Freundin in San Rafael gehabt, außerhalb von San Francisco und ich habe die immer besucht und bin mit denen immer dann zu Mondavi gefahren, in das Weingut Opus One, ganz am Anfang. Und der hat immer, jedes Jahr gekauft, ein paar Kisten und hat an Johann gedacht. Das muss ich sagen, Opus One, ich finde das Etikett mega und ich finde auch die ganze Kollektion, die sind natürlich auch gängig, die sind besser und schlechter, aber Obers One ist schon was Besonderes. Ja, war schon mal ein Weingut, ist ein Projekt ja von Mondavi und Rothschild. Gibt ja nur diesen einen Wein, es ist auch selten, dass ein Weingut nur einen Wein macht und kostet, also wird über den Place de Bordeaux noch gehandelt, kannst du also nicht am Weingut kaufen und kostet um die 400 Euro aktuell, so eine Flasche 450, genau. Das haben wir heute leider nicht. Wir starten mit einem Grauburgunder vom Weingut Wageck, das sind die Brüder Pfaffmann, die das machen in der Pfalz, 2022 Kies und Kalk heißt dieser Wein. Das ist also, teilweise ja, der nächste Jahr schon und der letzte extrem viel mit ihm zu tun. Und das ist der jetzt gar nichts? Naja, gar nichts ist nicht richtig, weil er natürlich auch lange in Deutschland, also wir sind ja beides Österreicher, meine Mutter kommt auch aus der Steiermark, du bist 100% Steiermark? Ja klar, 100% Steiermark. Nein, jetzt sind wir Steiermark. Wo? Ja, also mein Schwiegervater behauptet immer, er sei ein gebürtiger Steiermark, sagt man Steiermark? Steiermark. Steiermark, so. Und dann haben wir, also wir haben angefangen in Graz, sind dann nach Lubelianer, aber ich sagte immer Lubelianer, wo mein Schwiegervater und dessen Verwandter, sein Cousin, sagte, du meinst Laibach. Ja. Egal so. Und dann runter nach Kroatien, ist das auch noch Steiermark? Nee, nee, nee. Rovinj. Aber Rovinj ist ja ein Traum. Ist ein Traum. Wo warst du, in dem Hotel Graubag? Nee, nee, wir waren, weiß nicht, wie das Hotel dieses ist. Das ist ja sensationell. Aber dieses Rovinj. Da fahre ich immer in Urlaub. Also Kroatien, Leute, kann ich mal sagen, Kroatien. Fantastisch ist das. Und dann weiter nach, muss man sagen, Südtirol, noch über Venedig nach Südtirol. Und da muss ich sagen, Südtirol hatte ich gar nicht auf der Pfanne, aber unglaubliches Essen in Südtirol. Unglaubliches, ganz toll. Da waren wir hier, wie heißt das, Teheran? Teheran? Teheran. Nee. Mehran. Mehran. Nein, Mehran. Leute. Also Teheran. Derlan. Terlan. Derlan. Das war jetzt. Das war ja gut, die Weine sind ja toll. So eine Winzergenossenschaft. Aber gut, ich war begeistert von der Region. Ja, ein ganz tolles. Das heißt, wo kommst du her? Aus Steiermark? Aus Graz. Aus Graz. Also, ich sag mal, Steiermark und Südtirol, finde ich, haben beide sehr viel gemeinsam. Beide sind Apfelländer, Weinländer. Auch von der Gesellschaftsstruktur her, was die Gastfreundschaft anbelangt, finde ich diese beiden Länder sehr, sehr nahe, muss ich sagen, sind. Also, die Steiermark ist leider Gottes, und ich komme gerade heute von da, ist leider im Norden Deutschlands unter Wert verkauft. Absolut. Wirklich versucht, und das muss ich ehrlich sagen, ich habe immer versucht, auch ein bisschen dafür, aber die Leute können schon alleine mit dem Wort Steiermark wenig anfangen und wenig mit dem Inhalt, obwohl es dort so tolle Produkte gibt, natürlich auch Erlebnismöglichkeiten gibt, die man, die Steiermark ist so vielseitig, vom Dachstein bis zur Weinregion, du weißt es ja selber, wie viele gute Weine kommen aus der Steiermark. Total. Das ist unfassbar. Total. Haben wir den Hohen dabei? Nein. Nein, aber wir haben einen österreichischen dabei, und zwar einen, der wird euch von den Socken holen. Aber Graz auch, muss man sagen, habe ich auch nicht auf der, wo kommst du denn her? Ich komme aus Klangfurt. Okay. Also in Klangfurt bin ich geboren, ich komme aus Galicien, am Klubeinersee, das ist Richtung Wolfsberg, also Richtung Steiermark schon. Meine Mutter kommt aus Leutschach, Südsteierische Weinstraße, also aus der Weinecke. Sehr viel klar. Und Hamburg, also meine Eltern sind gerade zu Besuch, der Papa kocht auch heute Abend bei uns. Und es gibt einen Direktflug Hamburg-Graz seit ein paar Monaten. Mit Sky, es gibt auch nicht. Sky-Alps habe ich jetzt gelernt, aber der fliegt nach Bozen, Entschuldigung, Hamburg-Bozen. Das glauben ja viele schon hier, dass Südtiroler auch zu Österreich gehört. Das war einmal so. Ja, war einmal so. Das hätten die vielleicht die Südtiroler auch ganz gern, aber ist nicht. Aber es war jetzt auch eine... Ja, aber wir reden gar nicht über den Namen. Das ist auch kein Geografie-Podcast, sondern kein Wein-Podcast. Also ein Graubild. Ich wollte einen saftigen, zugänglichen Zechwein mit dem starten, der trotzdem aber, den ich auch trinken würde, wenn er mir eingeschenkt wird. Auch mineralisch, gell. Ja, das hat er. Also der heißt ja nicht umsonst Kies und Kalk. Also der Boden ist also quasi, so heißt der Name auch vom Wein. Und dann ist natürlich der Winzer gut beraten, wenn er diese Mineralität, eine gewisse Salzigkeit und Zug, eine Spannung schon auch hinbringt. Und ich finde, das ist Ihnen gut gelungen. Bei nur zwölfeinhalb Alkohol ist er nicht ganz staubtrocken. Dadurch ist es eben saftig und ja. Ja, finde ich gut gelungen, muss ich sagen. Also so ein, ich sage immer, so ein richtiger Jausenwein, gell. Ja, stimmt's? Genau, so Jausen, so eine Plätteljausen. Jausen ist Mittag, ist so ein Mittags... Nee, so ein Nachmittag, weißt du. Jausenwein ist so ein gutes Brot, ein bisschen Meerrettich, ein bisschen... Wir sind immer im Winter in der Riede ein, da gibt es immer so eine Jausen, da gibt es vor allen Dingen einmal die Woche, da gibt es die Kaiserschmarrnjausen. Was, Kaiserschmarrnjausen? Es gibt nur Kaiserschmarrn. Achso. Dann gibt es Kaiserschmarrn bis zum Abwinken. Das habe ich auch noch nie gehört. Kaiserschmarrnjausen. Dann gibt es auch noch so ein bisschen Salat und so, aber es gibt dann so einen riesen Berg Kaiserschmarrn. Und dann essen meine Jungs und ich Kaiserschmarrn und danach geht gar nichts. Das kostet ja ich dafür und die deutschen Touristen wissen, dass da Eier ist. Das wisst ihr Österreicher, ja. Ich meine, das ist dann ja, das ist so eine Halbpension und dann nimmst du ja... Du zahlst ja, das ist ja irre, was du da in Österreich jetzt zahlst. Das sind für vier Personen unter 6, 700 Euro die Nacht Christophas gar nichts mehr. Schon wahnsinnig, wahnsinnig angestiegen. Ist angestiegen, aber es ist auch gute Qualität. Und dann weißt du was auch, jetzt kommt ja der Winter, die Skikarten. Darüber darf man mal gar nicht spielen. Nee, aber das ist ja wirklich auch jemand, das muss man jetzt mal ernsthaft diskutieren, weil wenn man überlegt heute mit zwei Kindern, die Wochenskikarte, du musst überlegen. Oh, oh. Na, na. Aber alle zusammen. Nein, das reicht ja nicht. Albert kostet 89 oder so jetzt, glaube ich. Albert kostet einen Tageskarte jetzt 89. Überleg dir mal. 89. Wir weinen. Ich frage mich, ob wir den Wein vielleicht einfach wegstellen. Ich meine, das ist ja nett. Also, was riechen wir denn hier? Das kannst du mir auch mal sagen. Vielleicht funktioniert es ja. Tatsächlich, was Johann sagt, man riecht den Bohnen, also man riecht das Mineralische schon. Sehr mineralisch. Aber schon auch Steinobst, ne? Oder? Ja, ich weiß nicht. Ich denke, ich habe so ein bisschen fast Birne oder so. Also gar nicht so diese Aprikose intensiv, sondern wenn du jetzt Steinobst meinst, ne? Ja, ja, ja. Du meinst mit Steinobst. Und dieses Salzige hast du dann auch total Geschmack. Ja, aber in der Nase nicht. In der Nase ist halt Grauburgunder gibt nicht viel her, ne? Das ist jetzt meistens nicht so wahnsinnig. Das Weinmostige finde ich so ein bisschen. Das ist so typisch, wenn man so ein Weinglas riecht. Aber nicht, man muss sagen, nicht so langweilig, so anstrengend wie andere Grauburgunder, sondern wirklich einer, wo du, genau wo du sagst, wo du sagst, also ich könnte jetzt, schenk ein, schenk ein. Wahrscheinlich, wenn wir uns jetzt nicht kontrollieren würden, wäre die Flasche innerhalb von fünf Minuten leer. Ja, das könnte sein. Das ist ein richtig schöner Schoppenwein, das ist so ein richtiger, guter, trinkbarer, süffiger Wein. Genau, und der kostet irgendwie 14 Euro. Ja. Hätte ich auch so geschrieben. Also es ist schon über der Gutsweinqualität, also schon in dieser Ortsweinkategorie würde ich den ansiedeln. Das ist halt, also ich bin ja von Grauburgunder immer genervt, weil ich finde es oft sehr langweilig oder wenn es irgendwo gibt, ist es eine Konzessionsentscheidung damit. Und wenn ich dann aber einen Grauburgunder finde, wo ich sage, okay, das würde ich schon auch trinken, würde ich immer sagen, das ist eigentlich ein Kompliment dann. Weil es eben mich da nicht langweilt. Ich würde jetzt auch nicht drei Flaschen davon trinken können, dafür wäre es mir jetzt ein bisschen süß. Aber ist das einer, den du hinstellen kannst, wo du sagst, den trinken alle? Ah, 100 Prozent. Weißt du, ja? Aber die, die auch Grauburgunder, ich weiß, meine Grauburgunderfreundin, die würde sagen, was ist das? Aber warum? Er ist nicht so plan wie die anderen Grauburgunder. Weißt du, wo du, also der, wenn ich sage, ist der Aneck. Ich finde, er ist nicht süffig genug. Er ist gut, aber es gibt so Schmeichler, so Gaumenschmeichler. Das meine ich jetzt bei dem, kann ich jetzt nicht unbedingt sagen. Es ist schon ein typischer Grauburgunder, aber ich weiß nicht, wie viel Gramm Restsüße der hat, wahrscheinlich sechs oder sieben. Also sechs Jahre, würde ich sagen, ja. Aber im Verhältnis kommt das nicht so konzentriert drüber, dass, ich sage mal, das Extrakt in Verbindung mit der Süße oder mit dem Restzucker so eine Einheit gibt. Du sagst, okay, hier hoch die Tassen, weg damit, gib ihn weg. Ja, also er ist schon fein. Er hat eine gute Struktur, muss man wirklich sagen. Was würdest du dazu essen? Schon was Deftiges tatsächlich. Also ich könnte mir vorstellen, dazu perfekt Risotto. Weißt du, ein schönes Risotto mit dem gleichen Wein gekocht, weißt du, Risotto, richtig schön und dann den Parmesan drüber und dann gut gewürzt mit dem Hauch von Chili, dass du ein bisschen schärfer hast, finde ich das zum Beispiel hier eine perfekte Ergänzung. Risotto heißt das immer, das heißt Risotto, willst du einfach Risotto, Parmesan, Plain, Plain, Plain. Nicht noch irgendwie was anderes? Nee, nee, das ist ja auch in Italien so immer das Schöne. Wir neigen ja dazu immer dann oben drauf nochmal ein Stück Fisch oder ich weiß nicht. Kürbisch hat jetzt in Südtirol Radiccio und Kürbiskernöl und sowas aus. Das ist mir zu viel Fremdgeschmack. Ein geiler Risotto-Reis, zum Beispiel der Jahrgangsreis von Riso Gallo, der aus dem Jahre 2000, weißt du, der hat so eine geile Würze, eine Struktur und wenn man den dann schön langsam kocht und zum Schluss einfach ganz frischen Parmesan und Butter reinrührt, ja, und der muss ja so flüssig sein, dass wenn ich den Teller klopfe, dann darf nur eine Schicht auf dem Teller sein vom Körner. Und dann nehme ich einen Löffel und dann nehme ich so einen Löffel mit ein bisschen von dem Parmesan-Spinnen drauf und dann habe ich so diesen vollen Mund voll an Harmonie zwischen dem Umami-Geschmack Parmesan und dem Risotto-Korn. Das habe ich auch in Italien gelernt, weil wie gesagt, wir servieren das ja meistens im Suppenteller, dann hast du so viel, sondern so ganz flach, also die nehmen ja so einen Speiseteller und dann haben die so drei Millimeter Einbelag auf dem Teller und das schmeckt sensationell. Richtig schlotzig. Daran kann man es erkennen, ob es ein gutes Risotto ist oder schon, ob jemand sich mit, das ist mir tatsächlich, in Italien habe ich das auch auf dem flachen Teller bekommen. Und es muss quasi flüssig, flüssig, es muss quasi, wenn es auf dem Teller kippt, muss es so gut wie flüssig sein, schlotzig könnte man auch dazu sagen und das stockt ja sofort. Das wird ja dann auch, wenn man das so ein bisschen stehen lässt, wird es ja immer fester. Aber ich liebe das, weil ich bekomme schon Stress, wenn ich so einen Suppenteller sehe mit so einem Berg von Risotto, das stresst mich schon diese Menge. Aber wenn ich so einen flachen Teller habe und dann ist es ganz hauchdünn drauf, dann nehme ich so einen flachen Löffel und dann, ah, das ist so, ah. Wer das jetzt? Nee, das ist so richtig, das schmeckt so richtig am Mund. Aber wieso passt der Wein gut dazu? Also was hat der geschmacklich damit das? Weil dieser Wein, ich sage jetzt mal, Risotto hat ja so eine gewisse leichte Weinnote durch das Einkochen von Wein und die Süße durch die Butter in Verbindung mit dem würzigen Geschmack vom Käse ergibt genau das, was dieser Wein auch braucht. Er braucht einen Gegenwart, nämlich er braucht etwas Butterigkeit, er braucht etwas Fülle und diese Fülle ist dann durch diesen Wein in Kombination so ein bisschen auch zu reizen oder auch zu ergänzen. Und deswegen spontan würde mir das jetzt einfallen. Hier passt auch ein Fisch dazu, hier kannst du auch einen schönen gebratenen Fisch dazu essen. Mit ein bisschen Kruste würde auch gehen, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist ja mein Küchenchef, der sagt auch immer, Risotto ist ein eigenständiges Gericht. Also er macht da nichts. Aber bei euch gibt es auch an so einem tiefen Teller. Das stimmt, ja. Aber es ist bei uns schon auch schlotzig. Also unser Risotto ist schon extrem gut. Nein, extrem gut auch, wirklich. Ja, es ist natürlich alles eine Frage dessen, wie man das erlebt hat. Also ich habe in Italien auch schon Reis gegessen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe jetzt 10.000 Tabletten geschluckt. Weil ich weiß nicht, ob die vergessen haben, den Herd anzumachen. Und dann haben wir gedacht, weißt du, typisch zur Trüffelzeit, so Risotto mit weißem Trüffel. Dann kommst du dir vor wie ein Wiederkäuer, weißt du, weil jedes Korn ist so knallhart. Und dann musst du es erst mal im Mund zerdrücken oder zermahlen, ja. Aber das ist halt leider so, weil die manchmal auch eine andere Vorstellung haben. Aber das ist eines übrigens der schwierigsten Gerichte für Gesellschaft. Risotto. Weil A, man kann es nur in kleinen Mengen produzieren, weißt du, weil das sofort nachzieht. Aber noch viel schlimmer ist die Festigkeit des Korns. Die einen sagen, Herr Lava, mein Gebiss, was wollen Sie von mir? Das kann ich ja gar nicht essen, das ist ja hier so hart. Und der Nächste sagt, ja, wunderbar, dieses Korn, dieser Biss. Dann sage ich immer, ja, ihr müsst unterscheiden zwischen Milchreis und Risotto. Ja, Milchreis kann ich auch gerne kochen, aber das ist eine andere Reissorte. Das hat mit Risotto nichts zu tun. Das ist wirklich eines der für mich meist, ja, wie soll ich sagen, reklamierten Gerichte. Im Bosniv- und im negativen Sinne. Weil du nie den Geschmack aller Leute triffst, gell? Die haben so eine Vorstellung. Der eine denkt, ach, wieso hat der Koch den Reis nicht fertig gekocht? Und der andere sagt, verstehst du, ach, genau so möchte ich den haben. Weil durch den Widerstand im Mund. Klar. Und durch dieses Bewegen entsteht das Aroma. Das ist ja auch, ich meine, wir haben ja diese fünf Geschmacksrichtungen im Mund, die wir wahrnehmen. Und wie mehr ich diesen Reis in meinem Mund bewege, desto mehr Harmonie verspüre ich, ja. Deswegen sage ich immer, langsam essen und mehrmals kauen. Dann kommt manches Produkt wesentlich besser zum Vorschein, als wenn ich nur so einen Löffel nehme, zack, und wie so eine Tablette schlucke. Das macht gar keinen Sinn. Und beim Risotto ist halt, wenn es fertig ist, muss es serviert sein, ne? Genau. Da kannst du jetzt nicht nochmal zehn Minuten warten und sagen, ja, hallo, der Service dauert noch. Kriegt man eigentlich guten Risotto-Reis im Supermarkt, oder muss man da wirklich... Ja, es gibt ja drei Grundreissorten, vielleicht machen wir jetzt einen Mittelwarenkunde. Es gibt ja Arborio, Canarole und Vialone, das sind die Grundreissorten. Der Beste kommt definitiv aus Italien, das muss man einfach wissen. Da gibt es zu kaufen. Und es gibt sogar, wie gesagt, auch hier Jahrgangsreis, was keiner kennt, aber aus dem Jahrgang zum Beispiel. Wir kaufen jetzt 2020 von dieser Firma. Das ist aus der Boho-Ebene. Das merkt man natürlich, weil dieser Reis richtig abgelagert ist. Der ist richtig trocken. Der entwickelt durch das Lagern seinen Aroma und hat natürlich eine besondere Konsistenz. Das ist halt Luxus. Aber für den Risotto heute, jetzt kommt die weiße Trüffelzeit. Ich meine, ein richtig schönes Risotto mit einem Hauch von weißen Trüffeln obendrauf und dann so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Parmesan-Rinde mit ein bisschen Geflügelfond und Sahne aufgelöst und dann aufgemixt und so einen Schaum drüber. Das ist einfach natürlich... Aber das gibt es bei Beedica oder Rewe oder... Es gibt Risotto-Reis, klar. Es gibt auch da, ich glaube, eine Marke heißt Aquarello, so eine Blechdose. Soweit ich das weiß, es gibt Risotto-Reis. Aber ich bin jetzt nicht der typische Supermarkt-Einkäufer, der jetzt sofort sagen kann, es gibt 30 Sorten hier im Supermarkt. Auf jeden Fall gibt es Risotto-Reis. Ja, klar, aber ich habe immer das Gefühl, wenn wir da Reis kaufen, das Risotto wird bei uns jetzt nicht so der Hammer. Ich weiß ja immer nicht, ob das nur an uns liegt oder ob das eben auch an dem Reis liegt. Also, dass ich mit einem Reis vom... Da musst du mich einladen. Sonst kann ich das nicht... Sofort! Also, wenn du beim Doktor antriffst und sagst, okay, ich weiß nicht, mir tut es da hinten am Rücken weh. Ja, ja. Dann kann er auch nicht sagen, du hast jetzt Bandscheiben vorgefahren. Was wir schon mal gelernt haben, ist so, was ich immer... Das in Deutschland immer so typisch ist, dass du sagst, ich bin ein Risotto mit Pilzen oder mit Steinpilzern und so was. Ist eigentlich Quatsch. Einfach ein gutes Risotto ist ein gutes... Mach dir einfach nur Risotto-Risotto. Machen wir auch, ja. Also, heißt dann irgendwie Parmesan-Risotto oder Weißwein-Risotto, aber sehr häufig ist eben... Oder Bärlauch machen wir sehr gerne in der Bärlauch-Zeit und jetzt mit Steinpilzen und in der Trüffelzeit eben auch mit Trüffel. Wobei der Geschmack ja nicht vom Trüffel kommt. Den hobelst du drauf, aber das schmeckt nicht. Aber du musst eben die Butter lagern mit dem Trüffel zusammen und die Butter dann quasi in das Risotto verarbeiten und dann... Trüffelfrage. Trüffel. Oft, gerade meine Frau hat das zuletzt oft gehabt, nach Trüffel, deshalb ist sie im Moment kein Trüffel, aber wahrscheinlich ist der irgendwas falsch. Nach Trüffel extremste Bauchkrämpfe in der Nacht danach. Nach Trüffel? Nach Trüffel. Und dann hat dir irgendjemand gesagt, du hast irgendwie, du hast ihre aromatisierte Trüffelöle wahrscheinlich. Ja gut, das ist ja das, was... Das ist das Problem oder was, ne? Es gibt ja diese naturidentischen und natürlichen, aber auch diese chemisch hergestellten Aromen, allen voran im Trüffelöl. Das hat ja nichts mit Trüffel zu tun. Also nach einem normalen Trüffel darf das eigentlich nicht passieren. Das heißt, wenn du weißt, du hast ein bisschen mit Trüffel gegessen und hast dann nach Bauchprobleme... Aber ich war gerade in Israel auf der Trüffel-Zuche vor 14 Tagen und ich muss sagen, es ist einfach und es muss auch so sein, etwas Außergewöhnliches. Es ist wirklich Luxus und diesen Luxus entweder esse ich den so, wie er sein muss, nämlich natürlich... Oder gar nicht, aber irgendwelche Kompromisse. Ich meine, schon alleine dieser Witz, in jedem Hotel gibt es zum Frühstück Trüffelörei oder Kalbsleberwurst mit Trüffel. Ich meine, wisst ihr, wie hoch der Anteil ist bei einer Kalbsleberwurst mit Trüffel? Gesetzlich geregelt, wie hoch muss der sein? 0,2 Prozent. Ne, 1,5 Prozent, stell dir mal vor. Und es ist dann Sommertrüffel mit irgendwelchen zusätzlichen Aromen, das kannst du vergessen. Also ich sage mal, deswegen finde ich es so schön, wir sitzen hier so schön zusammen, dass man bestimmte Dinge dann isst, wenn sie am besten sind. Verstehst du? Und nicht immer alles verfügbar zu haben. Trüffel ist seit Beginn. Ja, jetzt. Es gibt unterschiedliche Trüffel, aber jetzt ist er weiße Albertrüffel quasi. Albertrüffel und der Wintertrüffel, das sind ja die besten beiden Sorten. Und das ist dann einfach hauchfein drüber gehobelt. Und in dem Moment, wo einer dir ein Trüffelöl gibt, sagst du Dankeschön. Das wird er nicht sagen, aber tatsächlich haben sich bei uns auch schon Leute beschwert, dass es zu wenig nach Trüffel schmeckt. Weil das Trüffelöl natürlich überall aufzendet. Das ist intensiv. Aber halt der wahre Trüffelgeschmack ist eben ein eher feinerer Geschmack und die Trüffel sieht auch unterschiedlich aus. Kann man ein bisschen rötlich in der Farbe sein. So, jetzt ist unser nächster Wein, immer noch der Wein-Podcast. Und zwar von der Nahe. Und die Nahe ist ja ganz ums Eck, wo du... Ja, da kenne ich mich aus. Das ist wirklich... Wo du jahrelang quasi gewirkt hast. Und die Niederhäuser Hermannshöhle ist eine der bekanntesten Lagen überhaupt. Richtig. Genau. Eines nicht. Ein Riesling. Vom Weingut Jakob Schneider ist nicht ganz so bekannt. Nein, aber da ist zum Beispiel Dönhoff an der... Er hat diese Lage oder die Staatsdomäne. Für jetzt heißt das ja Hermannshöhle. Gut Hermannsberg. Gut Hermannsberg, ja. Ich meine, ich kann nur sagen, für so eine Lage in Amerika, vom Dönhoff zahlst du 200 Dollar. Also locker, oder? Auf jeden Fall. Locker. Ich meine, das ist eine ganz berühmte Lage an der Nahe. Und ein außergewöhnlicher Wein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, sorry, aber ich, Jakob Schneider, bei dem war ich noch nicht. Das ist ein relativ unbekanntes Wein. Das stimmt. Das stimmt. Und er hat trotzdem noch einiges an Menge auch in der Hermannshöhle stehen. Und der Wein ist eben gar nicht so teuer. Und deswegen ist es für mich wirklich ein Pfund. Was kostet der? Deutlich unter 20. Echt? Ja. Wow. Und das für Hermannshöhle. Jahrgang 22. Bei Hermannshöhle sind also auch andere drauf. Ja, genau. Das ist keine Lage. Genau. Es gibt einige, die Monopollagen haben, wo quasi das Wein... Gut, nur diese Lage besitzt. Aber Hermannshöhle gibt es mehrere, die eine Hermannshöhle rausbringen. In dem Fall ist das... Es steht gar nichts drauf. Es ist ja kein VDP-Weingut. Also es ist ein Lagenwein. Warte mal, ihr würdet sagen, an der Nahe ist es eine der besten Lagen? Ja. Es ist eigentlich die beste Lage. Die bekannteste und die... Ja, du hattest die beste, ist relativ. Aber es ist die Lage an der Nahe. So wie Bernkastler, wie auch immer. Oder was gibt es da alles an der Mosel? Oder in Österreich, in der Wahau gibt es ja auch solche Lagen. Die sind einfach einzigartig, weil die Zusammenhänge zwischen Steilheit und Sonneneinstrahlung und was weiß ich, das passt einfach alles optimal zusammen. Das war aber jetzt auf dem Weg durch die Steiermark und Südtirol, wo du denkst, wie unterschiedlich das ist, wie viel Wein zum Beispiel auch an Autobahnen angebaut wird. Oder in Südtirol auch. In Südtirol, an der Autobahn, und dann siehst du halt die Hänge. Und da versteht man auch, wo die Unterschiede sind. Auf jeden Fall. Also hier unter 20 Euro, ein Riesling, von dem Herrn Laffer sagt, wow. Ja, allerdings, wow, sage ich ja, was die Substanz anbelangt. Aber ich sage definitiv, dass dieser Wein zu jung ist. Für mich ist der zu... Der braucht so noch ein bisschen, da muss noch ein bisschen was gebrochen werden an der Säure-Spitze. Und das, glaube ich, kommt bei dem Wein, wenn man den ein bis zwei Jahre liegen lässt. Aber der Grundkörper, die Grundstruktur, die Substanz des Weinens ist exzellent. Und das muss man sagen, hier stimmt die Fülle, also das Volumen, die Kraft mit der Säure, stimmt hundertprozentig. Das wird ein ganz großer Wein. Und ich muss wirklich sagen, schade für mich, aber ich werde jetzt dann anrufen gleich, wenn ich fertig bin. Und werde mir ein paar Flaschen reservieren, weil das ist schon, muss ich schon sagen, eine tolle Entdeckung an der Nahe, habe ich so... Und der ist jetzt deshalb so viel günstiger, weil der Name nicht so bekannt ist, wenn das jetzt Dönhoff wäre oder was weiß ich. Ja, genau. Und das ist natürlich auch innerhalb des VDPs ist es ja dann ein großes Gewächs. Und das kann es ja nicht sein, weil er ist ja kein VDP. Ist es ein großes Gewächs für unter 20 Euro? De facto ist es so, weil es geht ja immer um die Lage und das ist ja eine große Gewächslage, die Hermann Zülle. Aber als großes Gewächs darf es ja nur titulieren, wenn er im VDP wäre. Ist er aber nicht. Mit Absicht nicht? Bitte? Das müsste man ihn fragen, vielleicht laden wir ihn aber mal ein. Das Weingut gibt es seit 1575. Ob der Jakob Schneider heißt oder Stefan Schneider, weiß ich nicht. Ich habe nur den Wein probiert. Tatsächlich hat er auch 94 Pfalzdorf-Punkte bekommen bei der aktuellen Verkostung, was schon eine sehr, sehr hohe Bewertung ist für einen Wein, der 15 Euro kostet. 15 Euro. Wahnsinn. Und das genau, da muss man aufpassen, da kannst du ja gar nichts falsch machen. Nein, das ist ein richtiger Wein, das ist im Vergleich zum Grauburgunder ein Wein, wenn der jetzt noch ein bisschen diese spitze Säule abbaut, der dann so richtig Spaß macht. Der so richtig zu den eleganten Essen, zu Fisch und zu weißem Fleisch, da passt der so perfekt dazu. Also da würde jeder sagen, guck mal, das ist so ein maulvoller Geschmack, so eine Harmonie, die ich verspüre. Also was du sagst mit der Säure, Johann, das liegt vor allem tatsächlich auch dran an dem Schraubverschluss, weil der Schraubverschluss wirklich den Wein ja erst einmal ganz zu macht. Und deswegen braucht der Wein einfach länger. Säureabbau. Genau, und der braucht einfach länger, weil der Austausch mit Außen ja sehr, sehr minimal ist. Oder vor allem für den Preis. Ich möchte am liebsten jetzt schon, das wird ja dann zum Glück eher später ausgestrahlt, aber da muss man ja sicher wirklich was, so einen Riesling, so einen guten Riesling für den Preis hatten wir hier. Gut. Das weiß ich jetzt nicht, was ihr hier habt, aber es ist ja, vielleicht darf ich jetzt mal was sagen, als Nicht-Weinfachmann, sondern als Genießer. Was sich in den letzten Jahren verändert hat an Weinqualität oder an, sagen wir mal, Qualität, die sich annähert, ist für mich phänomenal. Das merke ich daran bei mir, indem ich so oft in die Versuchung komme, wenn ich den Wein getrunken habe, gleich den Wein zu bestellen. Und das war ja früher nicht der Fall. Früher hat man Wein getrunken, war gut, okay. Aber heute sage ich zum Kellner, darf ich das Etikett fotografieren? Wie heißt denn das Weingut? Und ich bestelle tatsächlich diesen Wein. Und habe natürlich mittlerweile eine große Fülle von Wein im Keller. Und zwar nicht, weil ich jetzt unbedingt Wein kaufen möchte, sondern weil dieser Wein mich an eine spezielle Situation erinnert, weil er mich berührt. Ich meine, Wein trinken ist wie Essen. Also wenn ich heute nur esse und ich gehe nach Hause und habe keine Erinnerung mehr, dann war es nur eine Nahrungsaufnahme. Aber wenn ich irgendwo sitze, so wie jetzt hier, und dieser Wein berührt mich, also nimmt mich mit, gefühlsmäßig auch mit. Jetzt nicht, lass mal die 15 Euro weg. Also wir hätten den Wein jetzt genauso alle bestellt, wenn er den Preis nicht gesagt hätte, der Wein berührt dich einfach. Der Wein hinterlässt etwas Nachvollziehbares. Und dann ist es etwas, was der Wein charakterisiert. Und sonst sagst du, jetzt habe ich Wein getrunken. Ja, vielleicht, weil ich mich beruhigen möchte, weil ich heute Abend einen auf die Kacke haue. Nein, das ist ein Genusswein. Vor dem Fernseher sitzen, ein schönes Glas Wein, oder was auch immer, oder ganz was Einfaches dazu. Ich finde ihn großartig. Ist das wichtig für Genuss, dass das immer eine Connection zum Leben hat, zur Situation hat für dich? Ja, also ich bin ja kein Mensch, der jetzt sich da irgendwo hinsetzt und sagt, jetzt bestelle ich mir ein Viertel Wein. Wieso? Sondern es ist einfach für mich mehr. Es ist für mich mehr, als wenn nur ein Viertel Wein zu trinken. Sondern ich mache das, weil ich für mich etwas inszeniere, weil ich etwas erleben möchte, weil ich einfach eine bestimmte Situation für mich so haben möchte. Und ich kann nur sagen, ich meine, meine Eltern, vielleicht darf ich das mal sagen, ich komme aus der Steiermark, ich bin 1957 geboren, die haben erst mal nur Moss getrunken, den sie selber von den Apfelbäumen gemacht haben. Du wirst das kennen, michi. Aber dann kommt auch ab und zu mal was Besonderes, nämlich dann kam der Wein. Und dann kam dieser Doppellitter, Doppler, Muscatella-Wein, so, den wir als Kinder nicht trinken durften. Aber ich meine, das ist meine Ausgangssituation dessen, worüber ich heute spreche. Man darf ja nie vergessen, wo man herkommt. Und womit man ja auch groß geworden ist. Ich meine, ihr seid hier, oder Michi, der hat ja ganz viel. Ja, aber Michi hat ja, ich sage mal, Lebenserfahrung. Und wenn ich heute mal höre, das ist ein ganz geiler Sommerlieh, der ist 23, da lache ich mich kaputt. Ich meine, da muss ich einfach vieles in meinem Leben, ich sage es mal, nicht in Mengen, sondern verstüren, verkosten, um einfach eine Referenzhöhe zu haben. Das ist wie beim Essen. Wenn ich nur eine Polonaise von Maci kenne, dann ist das für mich die Referenzgröße. Aber wenn ich 20 verschiedene gegessen habe, dann habe ich eine andere Wahrnehmung. Und das macht das Leben eigentlich aus. Und das habe ich für mich entdeckt. Und ich muss sagen, meine Frau war Weinkönigin und die hatte wirklich totale Ahnung. Mittlerweile bin ich derjenige, der oft mit Wein nach Hause kommt, weil ich hier sage, ich habe da was entdeckt. Wahnsinn. Ich war jetzt in der Steiermark bei Kodulic. Kennst du Kodulic? Ja, ja. Ich meine, unfassbar. Kennt man da überhaupt nicht, ja. Unfassbar zweimal der weltbeste Sauvignon Blau. Ich war da, also ich musste mein Geldbeutel alles festhalschen. Ich musste meinen Kontostand kontrollieren, weil ich einfach, du hast richtig, nee, ich werde nicht aufgegeben, aber ich muss dir sagen, weißt du, wenn du dann sagst, und jetzt kommt das Wichtigste, es wird immer über Geld gesprochen, alles kostet Geld, wenn es was Besonderes ist. Und du bist erst dann bereit, Geld auszugeben, wenn du etwas für dich wirklich haben möchtest, nämlich was dir was bedeutet, dann hast du keine Probleme. Ich kaufe heute nicht Wein, weil ich mich besaufen möchte. Bin ich denn, das habe ich früher mal gemacht, aber heute nicht mehr. Heute kaufe ich mir das Produkt, weil ich sage, es berührt mich. Und du hast schön zusammengefasst, das ist doch die Mindessenz dieses Podcasts gewesen, weil als wir anfingen, ging es uns so, wie vielen anderen Leuten, wollten wir den Grauburgunder von einer Apfelsaftschorle unterscheiden. Gerade so, ja. Und natürlich diese Erfahrung und dann dieses besondere Erlebnis eben zu sagen, es geht nicht darum, sich irgendwie hier einen anzufüllen, sondern es geht um dieses Geschmackserlebnis und rauszugehen und zu sagen, boah, das war großartig. Und beim Essen ist ja genau dasselbe. Übrigens, das ist ja auch so, wenn du ein tolles Essen gehabt hast, dann ist es mir fast egal, was es kostet. Ja. Aber wenn das Essen... Ja. Ich kann nur sagen, wenn ich da schon beim Ersten, also ich habe da ja so Dinge angewöhnt, wenn ich essen gehe. Also es soll jetzt nicht überheblich klingen, aber es ist so meine Taktik. Wenn es also wirklich mittelmäßig ist, dann frage ich immer den Kellner, fragen Sie bei dem Chef, ob er das Chef schon mal gegessen hat, der Kükenchef. Dann guckt der Kellner schon und denkt, naja, der Laver, der Arsch, was will denn der? Dafür wieder hier. Aber es ist mir doch egal. Ich frage einfach, weil ich meine, es ist ja oft, kennen wir ja alle, du kochst in der Küche und dann am Ende sind ja viele Kleinigkeiten, die zusammen das große Ganze machen. Und selbst, wenn du nur vergisst, die Beilage zu mürzen, dann fehlt schon was. Und wenn ich ganz böse bin, frage ich dann den Kellner, sage ich, haben Sie das zubereitet? Und dann wird es ganz schlimm. Dann denken die, sag mal, was ist denn das für ein Typ da? Aber weißt du, und das ist was, wie mit dem Wein, genauso beim Essen, man muss die Menschen sensibilisieren, ob sie das, was sie selbst produzieren und vermarkten oder verkaufen, auch für sich selbst so in Anspruch nehmen wollen. Und das ist entscheidend. Wenn ihr eure Zeitung macht und ihr morgens die durchlest und sagt, was für eine Scheiße heute da, diese Zeitung da, dann kannst du nicht dahinter stehen, dann hast du ja selbst keine Freude. Erstmal musst du selbst von dem, was du machst, überzeugt sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du doch nicht erfolgreich sein. Und das war oft in der Gastronomie früher der Fehler, wenn ich das noch sagen darf, war, dass die Köche gesagt haben, das merkt der eh nicht. Weißt, der Gast, das merkt der nicht. Ja, aber das ist längst vorbei. Aber da gibt es ja auch Hamburger Sterneköche, die dann auf die Frage, was machst du, wenn sich einer beschwert, dass es ihm nicht schmeckt, sagen, es schmeckt so, wie es schmeckt. Wie es schmecken soll. Es schmeckt so, wie es schmeckt. Also wie es schmecken soll. Es schmeckt so, wie es schmeckt. Also nach dem Motto. Also Kevin Feeling meinst du? Du hast halt gesagt, auch andere sagen das ja. Die Frage, ich habe neulich so eine, kennt ihr, es gibt so eine Serie, da hat ein Koch dann angefangen, die Gäste umzubringen, die sich beschwert haben. Kennst du die? Habt ihr die schon mal gesehen? Gibt es Gast bei euch mal Momente, wo ihr gedacht habt, der weiß so was, am liebsten würde ich den und den. Niemals. Nein. Du hast keinen getötet? Ich bin Dienstleister. Ich war Dienstleister. Ich meine zunächst mal klar, ist Selbstkritik der erste Weg zum Weiterkommen? Also alle Leute, die glauben, ich bin der liebe Gott und ich habe keine Fehler, ich glaube, das gibt es nicht. Also man muss immer wieder sich selbst hinterfragen und für mich ist eine der größten Motivationen, jeden Tag etwas besser zu werden, gerade im Bereich von Genuss. So, und wenn der Gast reklamiert, dann gibt es natürlich klar, manchmal auch Dinge, Dinge, die wir nicht im Griff haben. Vor allem auch dann, wenn, ich sage mal, um 18 Uhr geht die Tür auf und es kommen 60 Gäste, die Stunde hat trotzdem nur 60 Minuten und alle wollen gleichzeitig essen und dann sozusagen verschwindet diese sogenannte Detailverliebtheit und man verschwindet an zu improvisieren und macht das schön. Da muss man erstmal das hinterfragen, ist alles das, was ich gemacht habe, auch wirklich so gemacht, dass wir das selber für uns verantworten können? Und wenn Fehler sind, dann muss man einfach ehrlich sein. Ich habe die größten Erfahrungen gemacht und ich muss sagen, das war damals noch nicht so wie die ganzen Einträgen jetzt bei den ganzen Portalen, aber ich bin hingegangen und dachte, okay, offensichtlich war das heute nicht unser Tag, wir haben einfach, was auch immer, falsch gemacht, es tut mir sehr leid, was kann ich tun für Sie, um das wieder gut zu machen? Und ich bin mit einem sehr guten Gefühl nach Hause gefahren, wenn der Gast das akzeptiert hat und ich habe sehr gut geschlafen. Was bringt mir das denn recht zu haben, wegen einer Portion oder zwei Portionen und der Gast erzählt über rum, jetzt war ich bei einem Lava, bin 600 Kilometer gefahren, der Arsch hat noch behauptet, ich hätte keine Ahnung vom Essen, weil das ist ja oft bei den Gästen der Fall, dass sie sich dann, sagen wir mal, auf den Schlips getreten fühlen, weil man sie bevormundert. Warum soll ich das tun? Also ich habe damit gar keine Probleme und ich muss sagen, ich stehe dazu, zu allem, weil es gibt niemanden, der perfekt ist und ich meine, jeder kennt das, Kochen in der Küche unter Stressbedingungen erfordert wahnsinnig viel Selbstdisziplin. Das heißt, erstmal in dir selber, hier im Bauch, eine Ruhe zu finden, um konzentriert zu bleiben und das können die wenigsten. Das ist das Gleiche mit dem Spitzensportler. Wenn der Abfahrer oben am Stadthäuschen steht und dann sagt, in 15 Sekunden musst du da raus. Wenn du dann nicht eine gewisse Ruhe in dir hast, wird das nichts, weil du dich nicht konzentrieren kannst und das ist genauso auch Gastronomie. So, habt ihr keine umgebracht, das Buch? Nein, noch nicht. Auf keinen Fall, nein. Ich wollte kurz noch zu den Wein zwei Sachen sagen. Ich habe jetzt hier in der Nase sehr diese Aprikose, dieses Steinobst, was du vorher gesagt hast, das ist hier wirklich sehr, sehr intensiv und ausgeprägt und der Wein hat vielleicht jetzt nicht die, wenn du, also Hermann Zöhle, ich bringe das natürlich häufiger eben von anderen Produzenten auch und ich glaube schon, dass der Wein jetzt final nicht diese ganz große Finesse hat und diese irrsinnige Länge, die eine Hermann Zöhle zum Beispiel vom Weingut Dönhoff hat. Oder auch zum Beispiel der Seligmacher von Kessler aus dem Rheingau oder so. Vielleicht so noch eine Differenz da. Genau, aber und darum geht es, es ist ein sehr, sehr guter Wein aus einer Top-Lage, die Riebstöcke sind 35 Jahre alt für einen Preis, der wirklich sehr gut ist und ich glaube, das muss man nicht immer alles daran messen, aber es ist eben Teil der Geschichte eben auch und von daher freue ich mich sehr, dass ich etwas aus deiner quasi Wahlheimat gefunden habe, was du noch gar nicht kannst. Freue ich mich sehr, 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 sehr. Sehr schön. Aber Pfirsich würdest du auch sagen? Ja, Pfirsich, Aprikose und ich mag es am Gaumen, weil es hat wirklich einen Gerbstoff auch noch. Das heißt, es hat seine leichte Bitterkeit und dadurch diesen Spannungsbogen, der einfach größer ist, weil wenn das jetzt alles ganz aufgeweicht wäre, dann ist das langweilig. Du ziehst bis drei, ist weg, ist vergessen und das hat er nicht, sondern er hat etwas Packendes am Gaumen und ich glaube wirklich auch noch einige Jahre vor sich, in dem es unbedingt besser wird. Also wenn du den Wein heute kaufst und in fünf Jahren trinkst, freust du dich richtig. Ja, bin ich ganz klar der Meinung. Hast du noch zwei weiß oder zwei rot? Zwei rot erwähnen. Ich bin gespannt. Der hat schon gut vorgegangen. Ja, war nicht schlecht. Ich habe auch schon wieder so einen kleinen Tee. Also ja, Marokko natürlich, die marokkanischen Weine. Ja, Marokko ist ja eben ein islamisches Land. Und Kanzahn, deshalb. Genau, da legen die nicht so viel Wert auf Wein. Offenbar, ich habe mal... Aber die haben das geile Arganenöl, gell? Ja, ja. Das ist ja ein Traum. Das ist ja wirklich was Besonderes. Stimmt, aber nicht unbedingt das Gleiche wie Wein. Aber jedenfalls, da trinkt man, ich habe gar keinen Alkohol getrunken. Ich habe einmal einen Wein probiert, der war nicht so doll. Aber ansonsten völlig abstinent. Das ist schön, dass du da bist. Ja. Das Etikett sieht schon mega aus. Ja, die brauchst du schon die ganze Zeit. Ich schenke euch jetzt einen Rioja ein. Einen Tempraneo aus Spanien. Aus dem Jahrgang 2019. Okay. Geht jetzt in die kalte Jahreszeit. Das ist also ein Wein, der natürlich am Alkoholbereich von 14,5 ist. Der Wein heißt Pujanza Jado 2019 Vino de la Guardia und ich habe euch das mitgebracht, weil es für mich ein relativ moderner Rioja ist und trotzdem in diese Kategorie vielleicht vom Grauburg runterpasst. Also ich habe ja zwei jeden Tag Einstiegsweiße Weine, einmal weiß, einmal rot und zwei unbedingt nur für Feiertage Weiß- und Rotweine mitgebracht. Das ist der Einstieg. Für alle die, die man Rioja aber modern auf. Genau, ja. Das ist also, man riecht ein bisschen diese Vanille, diese Süße schon in der Nase. Ja. Aber ich finde es schon, also ich finde es schon sehr gut dem Rioja zuordnen. Sehr gut, ja. Dann bist du ja schon wirklich aus. Wodurch? Wodurch? Das ist schon, so der Charakter der Nase ist schon. Aber wodurch würdest du sagen, dass das ist so? Rioja hat so ein, das ist so ein Wein, der hat, ich kann es schwer in Worte beschreiben, der hat einen Duft, den man klar von Bordeaux und natürlich klar von Burgundern kann man Rioja unterscheiden. Also das ist meine ehrliche Meinung, das ist so eine gewisse frische, frische, wie soll ich sagen, ich kann es schlecht beschreiben, aber Rioja ist schon gut, gut rausfindbar. Also muss ich sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, es ist halt, geht viel mit dem Holz, also wir haben ja oft auch diese Kokostöne, die dann von amerikanischem Holz kommt, auch im Rioja. Und hier hast du eher so ein bisschen Kakao, ja, den du auch merkst, auch auf der Zunge. Und das ist natürlich so was mentholartiges oder was ist das? Nee. Was ist das? Ich kann es auch nicht richtig beschreiben, es ist irgendwas. Hast du so was? Nee, menthol ist das falsche Wort. In der Nase, oder? Nein, nein, wenn du es schmeckst, es hat so, es ist so Fliederbeeren oder was ist, aber es ist nicht, es hat so ein bisschen was Mie. Eingekochtes? Oder Zinske, nee? Also was ich hier finde, was man deutlich merkt, ist die Spritigkeit. Also 14,5. Ja, das merkt ja, das schon. Weißt du, die Spritigkeit merkst du, wenn du den lange auf der Zunge lässt, das ist dann schon, das ist schon, sag mal, das merkst du schon, dass der Alkohol schon fährt ganz. Du hast so 14,5 saust, weil das ist das für dich schon eigentlich... Ja, das ist ja heute bei den modernen Weiß und Rotweinen nichts Besonderes mehr, 14,5 ist ja so, ich meine, Alkohol ist auch Geschmack, muss man ja sagen, ich meine, das ist ja klar. Und ich meine... Du hast recht, das, was ich Menthol meine, ist das Spritige. Ja, es ist einfach ein bisschen natürlich der Alkoholgehalt, klar, ich meine, wenn du überlegst, 14,5 ist ja schon an der Grenze des oberen Brotweinen, oder? Es gibt noch welche mit 15. Vieles, also ich war jetzt gerade auf Mallorca und habe das Weingut Sestalajoles besucht, die waren, war auch schon bei uns, der Franz, ja, und da habe ich zum Beispiel einen sehr, sehr guten Merlot aus der Amphore probiert, ja, 15,7. Ja gut, aber doch die Hitze. Ja, genau, aber es war, da hat sich nicht alkoholisch angefühlt. Und das ist immer, und darum bitte ich alle immer, erst einmal verkosten und dann ein Urteil bilden, weil das ist etwas, da steht drauf und ganz viele, wenn nicht so viel draufsteht, dann sagen die, okay, der hat aber, der hat aber. Alkohol ist dann ein Problem, wenn er eben sprittig wird. Ich finde, es ist nicht hundertprozentig sprittig, aber natürlich merkst du es und 14,5 draufsteht, ist ja meistens eher so 14,9 drin, ja, also es machen die wenigsten, bei 14,2 schreiben sie 14,5, drauf, das war früher mal so, da war es wichtig, dass er mehr Alkohol hat, weil die Leute das dann als wertiger empfunden haben, aber heute ist es eher, die Leute wollen weniger schweren Wein haben, der Tendenz und die Winzer versuchen quasi, den Wein mit niedrigerem Alkohol zu ernten. Aber Alkohol ist eben ein Geschmacksträger und deswegen ist er Bestandteil und wenn es immer wärmer wird, ist es eben sehr schwer, die physiologische Reife der Trauben herzukriegen, ohne den Alkohol nach oben zu bringen und deswegen werden wir uns vielleicht auch an die 15 gewöhnen müssen, beim Rotwein, wenn der Alkohol nicht außen vor ist. Der Alkohol muss Teil dieses Produktes sein und es darf nicht zu scharf sein und das ist ein Wein, der kostet 12 Euro, hat 91 Barkerpunkte, das ist schon, das ist was... heute die ganzen Geheimtipps raus so ein bisschen. Ja, der Nächste, der Nächste, ich bin jetzt schon so aufgeregt, aber wir müssen jetzt, nein, wir müssen jetzt fair genug auch diesem Wein gegenüber sein. Wir sind fair genug. Also nochmal ehrlich, der Wein ist absolut für meine Begriffe ein exzellener Rioja, aber auch hier muss ich sagen, ich würde dem noch ein bisschen Zeit geben, ich würde den noch ein paar, zwei, drei Jahre, würde ich den gerne noch liegen lassen oder ich würde den gerne noch mal probieren, weil ich glaube, wenn sich so ein bisschen diese Spitze abbaut, die Harmonie der Frucht mit dem Alkohol sich verbindet. Also im Moment ist so ein bisschen so, ich sage mal, ich meine, ich finde es einfach bei mir so ein bisschen ein kleiner Widerspruch zwischen dem sehr intensiven Alkohol und dem Rotweinkonzentrat. Das kann doch ein bisschen harmonischer werden. Die Frucht schmeckt man gar nicht so stark raus, schwierig. Das finde ich auch nicht so viel Frucht. Man riecht es eher, Ja, es ist eher so Kirsche, Kirsche habe ich. Aber es ist eben durch diesen Barrique-Ausbau eher, das Holz ist schon sehr dominant. Das merkt man schon. Er hat auch so diese Röstromen, das spürst du auch, das kommt alles übers Holz. Wobei ich es eigentlich angenehm finde, wenn der Wein jetzt nicht so eine Fruchtbombe ist. Also das nervt mich dann, weil dann, da sind oft so Blender, die riechen wahnsinnig gut und im Mund hast du sofort nichts mehr. Das ist, dann schmeckt er noch nichts. Aber das ist auch ein Wein für wirkliche Weinkenner. Also es ist kein Wein für jemand, der gerne mal ein Glas Rotweink. Das muss man schon beherrscht sagen. Johann, heute hast du richtig, das haben wir eigentlich nicht gehabt. Das ist ja so ein Paket, aber wenn es das letzte Ding noch, erstens, drei Weine, auf die man, die richtig Spaß machen und die ja jetzt zusammen, ich mag es auch nicht, noch nicht mal 50 Euro kosten. das stimmt. Nein, aber ich bin ja... Aber jetzt der letzte bringt das Paket, das Paket aber so schnell in die Dreistelligkeit, so schnell kann man gar nicht schauen, aber... Ist das wahr? Das ist wahr, ja. Aber es ist wurscht, weil, hey, wir haben Johann Lafer da. Aber das ist ja mega, Leute, du machst uns ja richtig... Und ich freue mich so, Johann, dass du da so ein, so Wein versiert bist, das weiß man ja, das kriegt man ja gar nicht so mit, ne? Du bist, dass du... Ich bin nur Genießer. Ich beschäftige mich damit für mich selber. Ich sage mal, wenn man... Ja, eine bestimmte... 2.0... AMG 2.0... Ah, euer eigenes Ding. Ja. Krass. Das schummelt ja uns wieder... Ich bin jemand, der einfach gerne genießt, und zwar was Besonderes. Ich habe keine Lust, da abends, ich sage mal, bei einem Saufgelage teilzunehmen, wo es geht, wie vor Flaschen trinken wir heute, sondern ich habe Lust, mit Menschen, die das verstehen, die das zu schätzen wissen und die auch ein gewisses Grundverständnis haben, solche Momente wie jetzt zu genießen, weil das ist nämlich ein Teil unseres Lebens, der Genuss, der wichtigste Teil und das macht nur dann Spaß, wenn du Leute hast, die gehen du zusammen, verstehst du, das auch teilen kannst. 100%ig. Wenn einer vis-à-vis sagt, ach, das ist aber ein schöner, dunkler Wein, dann ist das für mich der falsche Ansatz. Absolut. Bin ich komplett bei dir. Übrigens, der Sommelier in dem letzten Restaurant, in dem wir waren, am vorletzten Abend, sagte ich, sehen wir uns den ganz netten Moritz, Schreiber, glaube ich, aus Bozen, Eckertal, kennt das? Das Eckertaler, ein bekanntes Restaurant. Sag ich, bist du denn morgen auch da? Nee, morgen bin ich nicht da. Morgen bin ich bei einem Weinprobe, bei einem Abendessen mit Wein eingeladen, mit jemandem, der Weine sammelt. Und der hat gesagt, ich werde Weine ausschenken, pro Person, für 3.500 Euro. Und der hat tatsächlich dann Opus One verschiedene Jahrgänge gehabt. Ja, ja. Wein. Aber hast du gesagt? Ja. Ach, krass. KTL? Nee. Ich kenne Michael Kutay und Johann Lafer kommt in der nächsten Runde. Das kann ja jeder sagen. Das stimmt. Jetzt kann man es nachschauen. AMG. Also ich erzähle die Geschichte. 2.0. Wir machen den Wein seit, wir machen den Wein-Podcast seit 300. Es gibt keinen Wein, der so viel nachgefragt wird wie dieser Wein. Wir haben im Jahr 2015, das war meine Idee, mit drei österreichischen Winzern. Paul Axt, Gerhard Markowitsch und Albert Gesellmann. Zwei aus dem Burgenland und einer aus dem Kanuntum aus Niederösterreich. In einer Feierlaune gesagt, was ist eigentlich, wenn jeder sein bestes Fass gibt? Gibt es auch den besten Wein dann? Da haben wir gesagt, das müsste man ausprobieren. Und dann ist AMG geboren, aus Axt, Markowitsch, Gesellmann. Jeder gibt sein bestes Fass. Sein bestes Parik. Stopp, von welcher Rebsorte? Nee, nee, ist überhaupt nicht egal. Und zwar kommt der Blau-Fränkisch von Paul Axt aus der Lage Altenberg, seine Top-Lage. Es kommt der Zweigelt von Gerhard Markowitsch aus der Lage Kirchweingarten, sein Top-Zweigelt, einer besten Zweigelt Österreichs. Und Cabernet und Merlot, Cabernet Sauvignon und Merlot, zu gleichen Teilen von Albert Gesellmann. Der macht einen Wein, der heißt Beder Rex, das ist sein bekanntester Wein. Und das beste Fass aus 50% Cabernet, 50% Merlot. Also der Wein besteht zu einem Drittel aus Blau-Fränkisch, zu einem Drittel aus Zweigelt. Und das letzte Drittel ist geteilt Cabernet und Merlot von drei unterschiedlichen Winzern. Und es gibt eben 225 Liter mal drei. Jeder hat also einen Parik-Fass und das ist aus dem Jahrgang 2018. Und das ergibt an wie vielen Flaschen? Das ergibt, also wir haben auch drei Liter und Magdums abfüllen lassen und den Wein gibt es nicht im Verkauf. Wir haben nur gesagt, es gibt eine limitierte Anzahl an Paketen für den Podcast und zur Feier des Tages und auch zur Wertschätzung deiner Person, lieber Johann. Vielen Dank. Dass wir das einmal mit euch probieren. Deswegen ist der Wein noch nicht gut, aber er hatte zumindest alle Parameter, dass es wirklich ein ganz großer österreichischer Wein ist. Und damit auch international. Darf ich mal fragen, wie viele Flaschen wurden davon insgesamt gemacht? Davon wurden weniger als 1.000 Flaschen gemacht. Also es sind 775 Liter. Und wie viel ging jetzt in den Verkauf? Wir machen nur 60 Pakete für Silke. Aber das ist ja gemein, wenn man die anderen könnte man ja viel mehr, die kriegt man auch extra. Die können sie ja nur dort kaufen, aber das können sie nur im Paket kaufen. Und auch ich, die Winzer sind jetzt gerade bei mir, die sind heute bei mir. Okay. Und dann haben wir über den Wein gesprochen und wir haben den Wein probiert. Die haben ihn auch ewig nicht probiert. Und dann haben die gesagt, wirklich jede Woche rufen wir Weingutleute an, die diesen AMG und der Podcast war Anfang 2020, wo wir diesen Wein präsentiert haben. Der war aus 2015. Das ist jetzt das Zweite, aus 2018. Wir werden 2022 wieder einen machen. Und warum macht ihr nicht mehr? Weil es gibt den nur bei uns. Es ist keine künstliche Verknappung, aber es gibt immer nur ein bestes Fass. Es gibt nicht zwei beste Fässer. Es ist ja auch, ich meine, das muss man auch fairerweise sagen, alles, was in großen Mengen angeboten wird, verliert auch einen gewissen Reiz. Also ich finde, man muss auch bestimmte Momente mit bestimmten Dingen genießen und dazu gehört das nochmal. Und ich meine, ich muss etwas jetzt auch vielleicht zu dem Podcast sagen, weil das mich sehr bewegt, nämlich auch oft die Diskussion immer, warum kosten Wein so viel Geld? Wir wissen ja, dass der größte Teil der Weine unter drei Euro im deutschen Lebensmittelhandel verkauft wird. Ich meine, leben und leben lassen und genießen und genießen lassen. Und ich finde, diese Vorurteile, was ist denn, das ist ja auch nur Wein, das ist einfach komplett falsch, das ist ein Lebenswerk, das ist eine Wissenschaft, das hat was mit den Bergen zu tun, mit der Natur zu tun, mit den Menschen, die den Wein machen, was zu tun. Und bestimmte Ergebnisse müssen einfach auch honoriert und wertgeschätzt werden. Und damit passt es auch. Und ich meine, jeder kann für sich doch entscheiden, was er macht, aber ich muss sagen, ich habe überhaupt keine Hemmung und ich bin jetzt mittlerweile so, ich bin Koch aus totaler Leidenschaft. Ich gehe sehr oft ins Restaurant und ich verlange zuerst die Weinkarte, jetzt muss ich mal wirklich überlegen, als Koch, ist kein Witz, was ich jetzt sage, verlange zuerst die Weinkarte, weil ich gerne schauen möchte, was dort an Weinen ist, die mich persönlich interessieren, vielleicht die ich auch nicht kenne und erst danach entscheide ich mich, was ich dazu essen möchte. Und das ist ein, bei mir in meinem Gedächtnis, ein vielleicht für die meisten nicht nachvollziehbarer Wandel, dass ich als Koch einfach denke und auch wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, die, die, ich meine, ich selber, die war Sommeli, die hat das alles gemacht, sagt, Johann, such du den Wein aus. Schön. Weil sie weiß ganz genau, dass es mir sehr viel bedeutet, nämlich so ein maulvoller Geschmack, so eine Harmonie, wenn du so einen Löffel in den Mund nimmst und dann ein Schlückchen Wein danach gießt, ja, und es erzeugt so ein, ein Glücksgefühl, eine, eine Verbindung, Berührung aller Sinne, sage ich immer, das ist doch einfach was Besonderes. Und deswegen plädiere ich auch, dass man lieber weniger Wein trinkt, aber dafür, wenn man was trinkt, sich Gedanken macht, über was Besonderes. Und deswegen, ja, wir kämpfen ja gegen diese 3-Euro-Mentalität, am Anfang, am Anfang sagen, das schreiben ja auch viele Leute, am Anfang waren wir noch einmal so, bei 10 Euro Wein, wir nähern es ja eher im Bereich jetzt, 15 bis 20 Euro, also Wein unter 10 Euro. Aber lassen wir doch jetzt einfach mal, zu viel Preis, zu viel Preis, Sondern, ich kann nur jedem empfehlen, der jetzt auch zuhört, der soll sich einfach mal die Mühe machen, und soll mal 3 verschiedene Flaschen Chardonnay kaufen gehen, wo auch immer, zu unterschiedlichen Preisen, und soll mal für sich selbst entdecken, ob es Unterschiede gibt. Weil ich meine, wenn ich nur eine Sorte nur habe, und sage, der schmeckt mir schon, dann merke ich ja durch den Vergleich mit anderen Sorten, auch irgendwann mal, aha, da gibt es da was anderes. Das ist ja bei den Menschen auch so. Irgendwann merkt man, dass mir der sympathisch ist als der andere. Aber erst durch Erfahrung, nicht durch das Sehen, oder durch ein Foto. Und so ist es auch beim Weintrinken. Und ich meine, Genuss sind doch eines, oder ist eines der Dinge im Leben, die uns keiner nehmen kann. Doch. Wer denn? Dr. Matthias Riedel. Ich arbeite mit dem. Ich bin ja sehr erfolgreich mit dem. Aber du weißt ja, dass wir ihn hier, das war auch ein Spaß, aber wir hatten ihn ja auch im Podcast. Ja. Und dann fragten wir, am Anfang sagten, lieber Herr Riedel, trinken Sie denn auch Wein? Und dann sagt er, ja, selbstverständlich. Und wir schon, ja. Und dann sagte er, alle zwei Wochen teile ich mir ein 0,1 Glas Wein mit meiner Freundin. Ja, mit meiner Freundin. Und dann haben wir gesagt, ups. Nee. Aber du machst auch dieses Ding, er trinkt mehr. Ich mache meine Kucke Sinn. Genau. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, es soll mir einer sagen in meinem Leben, dass ein Genuss in Maßen der falsche Weg ist. also ich meine wirklich jetzt. Also ein Glas Rotwein jetzt einfach genossen ist doch, entschuldige bitte, was kann da meinem Körper passieren, wenn ich natürlich jeden Tag zwei Flaschen trinke, dann ist das natürlich etwas, was nicht geht. Das kann auch nicht funktionieren, weil unser Körper dafür nicht geschaffen ist. aber etwas zu genießen in kleinen Mengen, um auch sich zu belohnen für das, was man gemacht hat. Also was soll mein Leben mir für einen Spaß machen, wenn ich mich nur kastei und bei jedem, bei jedem Salat, überlege, ob ich jetzt noch einen Tropfen Öl drauf mache, am besten nur mit Wasser gewaschen. Also wenn das so der Fall ist, Leute, dann muss ich sagen, dann möchte ich auch nicht, dann möchte ich nicht mehr da sein. Da möchte ich einfach sagen, es ist zu viel. Es ist einfach, nee, es ist zu viel. Ich meine, ich schreibe diese Bücher und ich habe auch gesagt, ich esse überwiegend vegan und vegetarisch. Dazu stehe ich auch hundertprozentig. Aber es gibt im Leben auch manchmal eine Ausnahme. Nur die Ausnahme muss eine Ausnahme bleiben. Und nicht jeden Tag, verstehst du dann, das Kotelett für 400 Gramm. Das geht nicht. Aber jeden Tag ein Glas Wein, ist das okay? Muss nicht sein, aber es kann sein. Es muss ja auch der Anlass passen. Ich meine, was nutzt denn das? Du sitzt zu Hause deprimiert vor deinem Fernseher und machst jetzt eine Flasche auf und hast gar keine Stimmung dafür, hast Frust in dir oder was auch immer und dann trinkst du den Wein. Der Wein bekommt ja gar keine Bühne. Was soll der für eine Bühne haben? Der dient dazu vielleicht, dass ich besser schlafen kann. Aber was hat der Wein, was macht das für einen Sinn? Also muss ja auch noch Sinn machen, das ganze Thema. Also für meine Begriffe, deswegen sage ich nochmal. Häufig macht es ja den Sinn, dass man sich dann entspannt und dass das halt... Das ist ja klar. Das kenne ich auch früher. Guck mal, mein Körpergewicht ist ja auch entstanden, weil wir haben einen Hund gehabt, 15 Jahre, da kommst du nach Hause, der Labrador liebt dich, uneingeschränkt. Egal wann du kommst, dann machst du drei Scheiben Wurst für den Hund und sechs Scheiben für dich. Dann kommt er nochmal, verstehst du? Und dass das natürlich auf die Tower nicht unbedingt von Vorteil ist, das kann sich jeder selbst zusammenrechnen. Aber was ist das Ganze? Das ganze Thema ist normal. Wir sind alle Menschen. Wir haben keinen Computerknopf, den wir auf Aus und Einschalten, sondern wir haben Gefühle, wir haben Emotionen, wir haben alles Mögliche. Und deswegen muss jeder für sich seinen Weg finden und es gibt keine Norm. Weil wenn es die Norm geben würde, würden wir alle gleich essen, alle gleich leben und würden alle hoffen, dass wir 200 Jahre alt werden. Aber der liebe Gott lässt das nicht zu. Deswegen muss man aus der Zeit, wo man auf dieser Erde ist, als Gast, das machen, was für einen persönlich sinnvoll ist. Und es kann alles Mögliche sein. Nicht nur das Glas Wein. Und mit dem Knie geschädigt, was sagt man, selbst mein Physiotherapeut hat gesagt, der ist so ganz, weißt du, wie Physiotherapeut, knackiger Rücken ganz gerade und sagt dann, weißt du was, und mit 50 oder Mitte 50 ist mein Knie auch hin. Weil die Kniegelenke sind nicht dafür gemacht, so alt zu werden. Aber jetzt Leute, AMG, warum erstens Michael, warum habe ich so wenig bekommen? Du hast schon getrunken. Denk mal drüber nach. Aber das müssen wir jetzt. Darf ich die Frage stellen, die muss gestellt werden, dieser Wein, den man ja nur, was heißt 60 Pakete? Bei uns, also der Podcast wird präsentiert von Silkes Weinkeller und die bieten eben, dass die Menschen quasi diese Weine trinken können beim Zuhören des Podcasts, dass die das nachempfinden können. Aber 60 Pakete heißt 60 Flaschen oder 60 mal 6 Flaschen? 60 Flaschen. Insgesamt. 60 mal 4. 60 mal 4 Flaschen. Also genau, wir geben, ich gebe 60 ab davon, aber nicht mehr. Also Einzelflaschen? Einzelflaschen. Nicht mal 4 Flaschen. Aber jetzt bin ich gespannt, jetzt bin ich ja gespannt. Nein, aber ein Paket sind diese. Ob du das auch abfeierst, diesen Wein, da bin ich jetzt sehr, da bin ich, es ist ja schon, ich glaube es ist schon meine, diese Folge ist schon meine Lieblingsfolge, weil du, du hast genau recht, der Wein wird umso besser, wenn man mit Leuten wie mit euch zusammensitzt und darüber spricht. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, als wenn man das hier allein probiert in 10 Minuten. Also ich, ich muss sagen, man muss ja auch, nein, nein, langsam jetzt. Ich muss ja mal sagen, Leute, diese Weintrauben wachsen in einer Region Österreichs und nicht in Bordeaux oder in Burgund, muss man fairerweise sagen. Und wenn man die Historie des Landes Österreichs auch zugrunde legt, wenn es um Rotwein geht, dann muss man ja sagen, das war ja nicht immer oder nicht zeitgärzig. Wollen wir das G-Wort jetzt in den letzten Jahrzehnten war das ja nicht das Aushängeschild Österreichs. Aber das muss man sagen und das ist das Beispiel dafür, was man in diesem Land durch den Skandal von damals gelernt und entwickelt hat, ist das hier das Paradebeispiel. Weil ich glaube, dass bei jeder Blindverkostung dieser Wein niemals, zumindest nach meiner persönlichen Perspektive, man sofort Österreich zuordnen würde. Da bin ich mir ganz sicher. Sondern? Man würde sagen, der Wein könnte genauso kommen. Also, auf jeden Fall definitiv Biermont würde gehen, sage ich jetzt mal so hundertprozentig. Durch die Säure auch. Biermont würde sofort gehen. Ich denke da sofort sowas wie an, da gibt es ein paar, Spanien weiß ich jetzt nicht, aber Biermont ist auf jeden Fall typisch für mich. Vielleicht auch Bulgari, also diese Cabernet-Melon-Richtung. Kalifornien vielleicht auch sogar. Also der Wein, also erst einmal muss ich sagen, also ich freue mich extrem. Es ist also das erste Mal, dass ich diesen Wein auch probiere. Wir präsentieren ihn heute. Ja, wir präsentieren ihn heute bei uns. Wir haben es halb leer, als wir hier angesehen haben. Weil die Winzer wollten selber probieren. Das heißt, das ist die Flasche für die Winzer. Aber du hast vorher schon mal getrunken, oder nicht? Bitte? Nein, nein, nein. Du hast jetzt gerade zum ersten Mal? Jetzt zum ersten Mal. Also mit den Winzern habe ich mir auch einen Schluck eingeschenkt jetzt, weil sie zusammen verkostet haben vor drei Stunden. Aber seit wann hast du die Flasche? Die Flasche habe ich seit vier Wochen. Und du hast, also ich meine... Nein, nein, nicht angefasst, weil wir heute die Premiere feiern bei unserem Club. Abgefahren. Das ist echt krass. Das ist echt krass. Aber es hat mich natürlich gejuckt, weil ich wollte wissen, wie ist der Wein? Weil ich habe natürlich gesagt, ich habe gesagt, es ist das beste Fass, das ist ja auch nicht, nehme ich das oder das, sondern das müssen die Winzer selber und auch ihr Ehrgeiz, das zu machen. Die haben ja auch Lust dazu. Die kommen jetzt alle nach... Ich habe die gestern mit zu St. Pauli zum Fußballspiel genommen und heute machen wir den Herge kommen, um diesen Wein zu präsentieren. Gerhard war mit seiner Tochter bei Willi Schlögl bei dem Terroir und Adiletten Podcast in Berlin. Der ist mit dem Zug gekommen und die zwei anderen, Paul Axel und Albert Gesellmann, sind nur für diese Präsentation, heute hergekommen. Und wenn ich diesen Wein jetzt... Erstens, ich habe überlegt, wie mache ich das Paket? Weil ich habe gesehen, er hat 14 Alkohol, er hat so weniger als der Wein davor. Und es könnte ja oft auch Alkohol der Grund sein, warum man sagt, ich nehme den schwersten zum Schluss. Aber wenn ich jetzt den probiere, denke ich mir, alles andere wäre natürlich ja komplett falsch gewesen. Komplett falsch. genau, ja. Und dann ist es so, dass es auch ein Wein ist, wir machen heute also ja zum Menü dazu, wir machen so eine Beirätsschnitte, wo wir... Ist das vegetarisch und vegan für Johann und mich? Ja, Beirätsschnitte. Es gibt immer auch Alternative, wir machen Kartoffelpüree dazu, also wenn jemand begeht, es gibt auch ein Bäuschel heute. Es gibt auch Kartoffelpüree. Ja, ja, genau, also das ist jetzt nicht zu sophistikiert, wenn mein Papa kocht. Aber das ist auch ein Wein durch die Säure, der Essen braucht. Das ist also jetzt kein einfacher so Kaminwein, sondern das ist wirklich ein Wein auch zum Essen dazu mit einem irren Lagerpotenzial. In einem warmen Jahrgang wie 2018 hat er trotzdem so eine Frische und der hat so eine Kraft, finde ich, wenn du den im Gaumen hast, der bleibt da, der setzt sich hin, der... Das ist ein geschmorte Shorttrip, 72 Stunden, schön gegart, langsam und dann dazu dieser Wein, unfassbar, diese dunkle Fleisch. Wir machen keinen Ruf, damit das selbstsetzt. Ist doch kein... Ja, aber ich darf ja kurz meine Anderssinnigkeit, meine Sinnlichkeit, die mich mit dem Genuss verbindet, beschreiben. Es tut mir leid, also ich denke auch immer selber, wenn bei uns die Gäste kommen oder wir die Gespräche führen, dann kommt ja oft die Frage, naja und, was trinkt man denn dazu? Also dann muss man eine gewisse theoretische Vorstellung haben oder eine Fantasie haben, um auch die Richtung zu erklären. Natürlich ist alles Geschmackssache, aber so ein bisschen jetzt, würde ich sagen, das ist halt einfach ein Maul voll Wein. Das ist halt wirklich... Ja, super. Mega Wein. Mega Wein. Darf ich sagen, was der kostet? Ja. Wollen wir nicht immer über den Preis reden? Ne, was kostet der? Also sagen wir mal, auf jeden Fall... Der kostet viel, aber und zwar nicht... Auf jeden Fall weit über 100 Euro. Das ist sympathisch. Er kostet 89. Okay. Aber das ist doch gar nicht jetzt so viel, wenn man bedenkt, dass das halt die besten Fässer von diesem... Ja, darum geht es auch. Und für mich ist auch wirklich so, also den Wein gibt es, wie gesagt, nicht im Verkauf. Den Wein gibt es nicht im Verkauf. Es gibt ja nur im Paket. Das Paket kostet 122 Euro. Alle vier, wir passen zusammen. Versandkostenfrei. Aber... Da muss man schnell, glaube ich, sein, ehrlich gesagt, diesmal. Das glaube ich auch, ja. Aber mir geht es ja darum, dass die Winzer selber sagen, das ist das Beste, was wir haben. Und sie schädigen ja ein Stück weit ihre eigenen Weine damit. Wenn sie das Beste Fass wegnehmen und es mir geben, für diese kleine 775 Liter Produktion. Aber wir machen das, weil wir Freunde sind. Das heißt, ich kann den Wein gar nicht objektiv bewerten, weil ich mag die Menschen so gern. Ich habe mit jedem ein Erlebnis. Die waren bei meinem Geburtstag. Das sind tolle Türen. Die Kinder übernehmen nach und nach. Die sind alle biologisch unterwegs schon. Die Weingüter mit nachhaltigem Weinbau. Da ist keine Chemie. Das ist alles natürliche Häfen. Wenn euch das auch schmeckt, dann geht mir das Herz auf. Es freut mich so sehr. Und ich bin so stolz drauf. Und zum Beispiel beim Etikett haben die gesagt, du musst mit auf die Flasche. Also das ist für die Hansel. Wirst du? Ja, war ich beim Ersten schon. Stand hinten dann. Aber bist du eigentlich der Ideengeber? Das bin ich, ja. Das ist krass. Nein, da hinten steht dann drauf, aus Freundschaft der Winzer, also das haben die Winzer geschrieben, aus Freundschaft der Winzer, Ax Paul, Markovic, Gerhard und Gesellmann Albert. Das ist ja österreichisch. entstand zusammen mit Michael Kutte, keine Ahnung, bei mir ist es andersrum, der wunderbaren Cuvée, der besten Lagen jedes Einzelnen. Dieser Wein wurde exklusiv von und für die Mitglieder der Hanselounge Hamburg kreiert. Oh, ey, ey, ich meine, ohne Scheiß. Richtig, richtig geil. Ja. Richtig gut. Ja. Und ein, ich würde sagen, das beste Paket, das wir bisher hatten. Ohne Scherz. Wie viele Pakete gibt es? Nur 80. 60. 60 Pakete. Und es werden in der Spitze 300, 350 gekauft tatsächlich, aber das ist wirklich so ein Paket, wo man sagt, da musst du mir rechtzeitig Bescheid sagen, nämlich selber. Also es ist lustig, wisst ihr noch, das erste war nämlich so, wisst ihr, das war so rötlich und so rot-braun, die Farben, dann habt ihr gesagt, über das Etikett, ich würde da, Axel und ich würden uns da anbieten, beim nächsten Mal. Nein, ich finde, ich bin da sehr zufrieden, ehrlicherweise. Aber weißt du, ist er recht. Das ist kanziatisch kühl. Ja, und ich finde, Leute, die so viel Geld für eine Etikett und oft dann an seinem schlechten Wein haben, dann mache ich lieber etwas, wo ich sage, es geht mir um den Inhalt und es geht mir auch darum, dass die Winzer, die müssen ihr Geld kriegen. Ich verhandle überhaupt nicht mit denen. Ihr sagt mir, was das kostet und wir werden das Geld dafür von den Leuten holen, weil es ist das Beste, das ihr habt. Aber muss ein bekannter Autotuner auch Geld bekommen, damit ihr das machen dürft? Das ist ein reiner, das sind die Initialen der drei Winzer und der Wein ist auch nicht im offenen Verkauf. Also das haben wir. Ich würde beim nächsten Mal, ich würde einfach nur ganz klein hier unten, ganz klein, AMG. Ich würde die Flasche, den, ich würde das Produkt sprechen lassen, ich würde gar nicht so groß, ich würde beim nächsten Mal ganz klein, oder man brennt es in die Flasche rein, AMG. Wir haben ja extra die Namen auch, Axe Markovic-Gesellmann draufgeschrieben, damit es da gar keine, aber es ist ein ganz großer, am Ende ist ja scheinbar, was drin ist. Aber, der letzte AMG ist drei Jahre her? Ja, das war im Februar, im Februar 20, im Februar 20. Fall zum Anfang. Aber ihr macht die nicht jedes Jahr? Nein. Also nur wenn, die Winzer auch passen, die müssen, also ihr eigener Wein darf nicht jetzt, also der muss immer noch so gut sein, auch wenn dieses eine beste Fass weg ist, das heißt, in ganz kleinen Ernten ist es sehr schwer. Das heißt, wenn die nur fünf Fässer haben, sagen die, das geht nicht, ich kann dir nicht eins geben, wenn ich selber nur fünf habe, ich habe, allein jetzt muss ich es schon jedem kürzen und wenn du einmal auf der Weinkarte bist und dann bist du raus, ist es ein Riesenproblem. Das heißt, und die haben dann auch selber, selber das schon weggelegt. Weil ich habe auch gesagt, also der Wein, haben wir ja, den Podcast ist 20 entstanden. Das ist 18. Und der Wein war ja 15. Das heißt, da haben die schon weggelegt, weil ich habe gesagt, ich weiß gar nicht, ob wir den überhaupt verkauft kriegen, ob das jemand haben will. Ich glaube schon, aber ich weiß es nicht, vielleicht bin ich ja sehr konservativ. Und dann haben die gesagt, wir machen das trotzdem. Wir legen den schon weg. Und haben jetzt in 22 auch schon wieder gesagt, weil sie selber Lust drauf haben. Sie lieben es, nach Hamburg zu kommen und sie finden die Idee super, sie mögen den Wein auch sehr gern. Und ich mache immer ein paar Kisten, halte ich mir zur Seite. Und ich habe gesagt, 10, 15 Jahre, dann mache ich eine Weinprobe, dann mache ich diese ganzen AMGs und mache große Weine, also große Weine der Welt, ohne Scham, blind auf. Und ich möchte selber sehen, mit den Winzern auch, wie verhalten sie sich dagegen. Natürlich sage ich, der Preis, das ist ordentlich Geld, aber für andere Weine wird so viel mehr bezahlt. Und es geht, Johann, das ist völlig richtig gesagt, zu viel um den Preis. Was hat Günther ja auch gesagt, du trinkst dich nie mehr runter. Wenn du immer 5 Euro und dann gibst du auf einmal 10 aus, dann schmecken dir die für 5 nicht mehr. Und leider geht es eben nach oben. Und Leute kaufen, unseren Podcast-Hörer kaufen Redi Gaffi, weil wir den Wein so abgefeiert haben und sagen, im Leben hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich einen Wein kaufe für 200 Euro und habe es jetzt trotzdem getan, weil ihr davon so beschreibt. Und wenn der Wein dich emotional berührt, wenn du trinkst und denkst so, Alter, davon möchte ich mehr haben. Also für mich darf er nicht zu verkopft sein, nicht zu aristokratisch, dass ich denke so, jetzt muss ich 3 Stunden den Wein zerreden, sondern ich muss einen Spaß haben beim Trinken, ich muss eine Freude haben. Der Wein, das ist wie mit vielen Dingen, das muss dich irgendwie berühren. Es muss irgendwas sein, was das besondere Gewisse etwas in dir auslöst. Und dann ist es ein Genuss, der Rest ist nur, wie ich schon gesagt habe, ist nur, ich mache irgendwas, ich trinke was, ich esse was. Und das sollte es jeder, auch der jetzt zuhört, mal zu Herzen nehmen und darüber nachdenken, ob er das, was er macht, auch etwas ist, was ihn wirklich anspricht und nicht sagt, ich muss jetzt Hunger, ich habe jetzt Hunger, ich muss was essen. Das gilt ja übrigens für alle Sachen, das gilt ja gut, ob man das, was man arbeitet, ob es das ist, was man will. Genau. Aber man muss auch sagen, ich glaube, das, was ich arbeite, ist nicht so schlecht. Aber gut, aber haben wir das. Menschen dazu. Da muss ich sagen, da würde ich fast dazu neigen, jetzt zu sagen, lass uns, das könnte jetzt die letzte Folge gewesen sein von den vier Flaschen, weil es kann nicht besser werden als mit Johann. und das habe ich... Nein, nein, nein. Linderdverwagend, Linderdverwagend. Nein, noch mal langsam jetzt. Noch mal, da darf ich jetzt, muss ich etwas dazu sagen. Also ich selber bin auf dem Bauernhof groß geworden. Ich bin mit 80 D-Mark 77 aus der Steiermark nach Berlin gegangen. Ich hatte von diesen Dingen, die mich heute begleiten, null Ahnung. Aber ich hatte eine einzigste Ahnung, nämlich was Natur bedeutet. Und wenn man die Natur kennt und weiß, was die Natur heute für uns bedeutet, die Natur ist die Basis unseres Seins. Und wenn man dann hier sitzen darf und aus der Natur, das hat etwas mit Natur zu tun, so etwas genießen darf, mit Menschen, die das zu schätzen wissen, die das wirklich verstehen, dann habe ich in meinem Leben alles richtig gemacht. Und wir sagen jetzt wirklich nicht, weil ihr hier sitzt, ich habe dafür auch kein Geld bekommen, dass ich das sage, sondern das ist meine tiefste Herzensaussage, ich bin so glücklich, an dem Spektakel der Natur Teilhaber zu sein und das Glück zu haben, dass die Natur uns das schenkt. Natürlich stehen Menschen dahinter und alles Mögliche. Wir sprechen von Klimaerwärmung und was weiß ich es, was alles gibt und von Problemen jeden Tag. Aber wir sitzen tatsächlich hier in diesem Raum, der zwar grün ist, aber es scheint über uns die Sonne, nämlich die Sonne des Glücks, dass wir heute eine Situation erleben, außergewöhnlich Dinge genießen zu dürfen und dafür sage ich einfach Dank. Wir sagen Dank, dass du da warst. Ich sage nochmal, es kann, Entschuldigung, es kann, Herr Kommauf, Hubertus Mayer-Burkhardt, Guido Gans und Linda Zervakis, Haare Zeit. Große Fuß dafür. Sehr schön. Ja, echt schön. Johann, vielen Dank. Vielen Dank. Wenn du so oft in Hamburg bist, wir haben immer so Stammgäste, eigentlich nur einen bisher, das ist Sascha, der Sänger. Ja, den ich leider persönlich nicht kenne, aber seine Musik natürlich. Weißt du was? Jetzt wollen wir dich mal mit Sascha und Johann. Boah, Hammer. Das wäre der andere. Aber der große Weinlieder Sascha ist leider ein ganz enger Freund von Tim Welser. Ich weiß nicht, ob er mich austauscht gegen den Tim, das weiß ich nicht genau. Der Tim mag ja, der Tim hat ja auch schon zugesagt zu diesem Weinpodcast. Er ist jetzt nie gekommen. Okay. Vielen, vielen Dank. Danke. Große Freude. Michael, dir große Lüge. Ja, vielen Dank. Ja, mega. Also echt, das Projekt echt, also der Hammer. So gut gemacht. Und auch der Hammer, dass du die alle so hinkriegst. Achso, ja, genau. Ja, du nicht, oder? Nein, ich nicht. Nein, nein, mein Papa kocht. Der ist 72 und der kocht und der ist schon ganz aufgeregt. Und wie viele Gäste kommen? Es kommen knapp über 50. Und zur Verkostung kommen auch 50. Also es ist zweigeteilt. Einmal nur so eine Tischverkostung mit anderen Leinen und dann gibt es einen Dener und da kocht der Papa. Und die Mama kommt auch als Gast und ja, das ist heute sehr, ja, es ist emotional und jetzt ist ein super Auftakt und ich selber freue mich auch wirklich sehr, dass ihr das auch so zu wertschätzen wisst. Ehrlich jetzt. Johann kannte ich noch nicht und ihr, bei euch ist so eine tolle Entwicklung zu sehen, seitdem wir diesen Podcast machen. und das kann mir eben auch keiner sagen, dass du es eben nicht merkst. Du merkst, du bürgst. Nein, man kann es, das ist das, was du erzählst. Das ist Bildung. Das ist Bildung. Das ist wie Training. Das ist kein, kein etwas, was im Leben angeboren ist. Das kann ich nur durch Erfahrung schätzen und kennenlernen und wie mehr ich Erfahrung sammle, desto besser werde ich. Das ist, wenn ich, ich habe es vorhin gesagt, Wein trinken, Wein kennen, hat nichts mit dem Volumen zu tun, sondern mit der Vielfalt und mit der Bandbreite des Spektrums das Wein zu bieten hat. Man muss es halt ausprobieren. Aber ich stelle einmal mehr fest, also auch mein Küchenchef ist ein großer Weinkenner und Liebhaber und es macht mir so viel einfacher, mit ihm auch über Menüs zu sprechen, weil er den Wein auch versteht. Ich kann ihm den Wein beschreiben, er kann dazu kochen, ohne dass er den Wein probiert, dass eben Köche haben einfach so einen außergewöhnlichen Geschmackssinn und natürlich geht es dann mit Wein genauso. Und das heißt, also ein guter Koch, glaube ich, geht gar nicht anders, dass er sich auch mit Wein beschäftigt, weil Wein und Essen zusammengehört. Und das bist du ein perfektes Beispiel dafür, Johann. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr und ich bin sehr geehrt, dass ich auch diese Genüsse heute für mich in Anspruch nehmen durfte. Vielen Dank, bis zum Nächsten. Bis zum Nächsten. Aufs Leben. Aufs Leben. Aufs Leben. Wow. Exklusiv für alle Fans der vier Flaschen. Mit dem Gutscheincode Podcast spart ihr auf euren ersten Einkauf bei Silkes Weinkeller ganze 10%. Angebote entdecken unter www.wilkes-weinkeller.de auf den olfychischen . So, ich bin ein bisschen bei der Flaschenkuh wie ich und der Flaschenkuh auf das in der Flaschenkuh bei der Flaschenkuh Ich sage, diese, die Flaschenkuh ist. Ich bin